Wir haben den Dominik Bellabarba, richtig? Richtig. Wir haben Bellabarba zu Besuch. Und zwar, man kennt ihn in der Schweiz, so ein bisschen aufgrund aus der Crossfit-Szene halt. Aber am besten ganz kurz ein, zwei Worte zu dir selber. Du kannst dich selber am besten beschreiben. Ja, ich bin der Dominik, meine Kollegen und meine Leute. Ich bin 36, komme aus Solothurn und betreibe aktuell mit meinem Team oder mit meinen Teams Crossfit 11. Wadenswil und Lies. Sehr gut. Schön, dass du da war. Dome, genau. Du bist so ein bisschen, ich weiss nicht, das ist schon spannend. Ich habe mich jetzt recht gefreut auf die ganze Geschichte. Es ist mega spannend, weil du bist für mich so ein bisschen, ich bin auch in Box, oder wir haben in Box mit Chris zusammen. Und bei dir hat man ja so ein bisschen gesehen, die Entwicklung bei dir. Du bist wahrscheinlich einer von den, von denen man es weiss oder wo man es so ein bisschen gesehen hat. Du hast relativ schnell deine Box so ein bisschen aufgebaut. Ich sage jetzt mal in die professionelle Richtung. Uns ist das irgendwie so rüberkommen. Man hat relativ schnell gesehen, okay, das 11, das es aufgetaute hat und schnell gewachsen und so. Aber vielleicht mal ganz zurück, wieso hast du damals überhaupt das 11 aufgetaute? Ähm, ich habe eigentlich Fitness gemacht, so wie viel im Fitnesscenter, vor allem Kraftsport. Und dann habe ich im Internet Crossfit gesehen. Ja, so ist es mir auch angegangen. Und dann dachte ich, boah, richtig geil und das wollte ich auch machen. Und dann habe ich nichts gefunden. Also es hat jetzt ein Bärneis gegeben, aber es ist doch immer ein rechter Weg. Und äh, ja, habe ich mir so ein bisschen Equipment gekauft. Ich habe noch eine Box gebaut selber mit meinem Vater im Keller, um drauf zu kumpen. Und dann bin ich am Anfang alleine gewesen und dann mit einem, zwei Leuten auf dem Sportplatz haben wir das gemacht, was wir das dazumal für Crossfit gehalten haben. Und dann habe ich mir damals noch mit einem Geschäftspartner, der schon so ein Function-Fitness-Geschäft gehabt hat, das Crossfit 11 quasi gegründet und ich habe schon am Anfang sehr bescheiden gesehen und auch, man hatte keine Ahnung, was man machen kann, wie so viele, man eigentlich denkt, das ist gut. Und dann ist das so entwickelt und dann im 17 habe ich mich getrennt von einem Geschäftspartner, habe ich das Crossfit 11 aus dem Markennamen herausgenommen und in einer neuen Firma selber gegründet, dort wo wir jetzt sind. Und ja, das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, halt von, ab dann habe ich es 100% gemacht, aber auch dann noch nicht, ich sage mal auf dem Level, noch nicht mit dem Know-how, welches wir haben. Und jetzt hast du. Und welches wir jetzt haben. Heute ist es schon recht ein anderes Crossfit als noch vor fünf Jahren. Was hast du gemacht, vor dem Crossfit? Also was hast du beruflich gemacht? Ja, ich habe Versicherungs-Kaufmann gelernt, also das KV. Und dann so mit 25 Jahren musste ich mich entscheiden oder wollte, was ich mache. Und dann wusste ich, dass es nicht eine Versicherung ist. Und dann ist eigentlich Fitness-Trainer mal so ein wenig zur Wahl gestanden. Ich habe dort eine Ausbildung gemacht und dann mit dem Crossfit habe ich etwas gefunden, was mich wirklich gepackt hat. Und dann hast du ihn verfolgen können. Ja. 2015? 2014? Wann hast du das erste Mal gegründet? Das erste Mal? Wir haben 2015 und selber angefangen haben wir 2014 mit Crossfit. Also auch ziemlich einer der Frühen gewesen in der Schweiz. Ja, es gibt schon noch ein paar Änderungen. Ja, aber wir sind auch ein bisschen früher gewesen. Ja. Ein bisschen. Basel war sehr früher. Ja, Basel war eigentlich der Erste. Ja, der eine von den... Die sind noch 9, glaube ich. Genau. Aber es gab noch nicht so viele Boxen wie jetzt. Ja, definitiv nicht. Spannend. Ja. Als du angefangen hast... Du hast auch gesagt, du hast damals angefangen noch nebenbei. Wie hast du das gemanagt? Wie bist du dran? Wie hast du es geschafft alles unter einen Hut zu kriegen? Ja, es ist immer eine Frage von Prioritäten setzen. Ja, das ist richtig. Das Schöne war für die Versicherung, als ich gearbeitet habe, dass ich dort eigentlich quasi 100% Angestellung war, aber halt weniger gearbeitet konnte und es einfach quasi im Lohn verrechnet wurde. Ja. Und da habe ich mich sowieso schon ein bisschen um das Geschäft zu kümmern. Mhm. Und mein alt Geschäftspartner, der hat das 100% gemacht. Und hat dann auch noch so beide Stunden zusammengegeben. Ah, also du bist am Anfang Teilzeit in der Box und dann auch 100%? Ja, das war quasi ein Gebäude, wo sein Functional Fitness drin war. Ah, ja. Okay. Plus noch Box und dann war er eigentlich so ein bisschen Beinenorten. Und ich habe aber richtig gut gegangen ist dann erst, als ich mich wirklich darum kümmern konnte. Ja, das… Das macht halt einen riesen Unterschied, wenn du wirklich Zeit reinstecken kannst. Nebenbei ist alles so ein bisschen… Das ist etwas, was ich, wenn ich heutzutage, das ist etwas, was ich immer sage, wenn ich heutzutage nochmal anfangen würde, würde ich vom ersten Tag an das Risiko nehmen und absolut das Minimum 50%. Also weisst du, vielleicht noch 50% arbeiten, aber sicher 50% für Box, wenn nicht sogar mehr. Aber es ist halt… Heutzutage weisst du, dass das Waschgebür funktionieren würde und dann ist es halt immer einfacher gesagt als gemacht. Ja, man hat… Man ist doch nicht so risikofreudig am Anfang. Das ist der Schweizer. Ja. Aber es ist wirklich so… So all-in-go, obwohl es eigentlich das Richtige ist, braucht es schon Mut. Und das habe ich am Anfang auch nicht gehabt. Ich bin auch recht… Ich weiss auch, wenn ich dann wirklich aufgehört habe zu arbeiten, das ist so… Ich kann mich gut an diesen Moment erinnern. Also aufgehört habe zu arbeiten… Ja ja. Das war dann so… Ungewiss gewesen alles. Kommt es gut? Und du hast Miete und du hast das und irgendwie… Du willst schon noch leben. Aber es ist eigentlich sehr gut gekommen von Anfang an. Wir haben recht lange gewartet mit dem Schritt. Und äh… Ich durfte den Schritt zuerst machen. Weil Chris gefunden hat, ich bin so ein bisschen mehr im Vordergrund. Er ist mehr im Hintergrund. Und ich habe am 1. März 2020 den Schritt gemacht. Zwei Wochen später hatten wir den Lockdown gehabt. Ah krass. Mega gut gewesen. Ah krass. Ah fuck ja. Noch umgebaut, ja. Das haben wir auch gemacht im Lockdown. Ah shit. Voll Risiko. Ja. Aber es hat sich ausgezahlt. Ja, absolut. Es braucht halt auch… Ja, wie man sagt, das ist eigentlich das, was man machen sollte. Sich antizyklisch verhalten. Und trotzdem fühlt es sich zum Teil richtig komisch an in diesem Moment. Mega. Mega. Ja, es ist halt wie das gleiche. Du gehst ein Risiko und zahlt es sich nachher aus oder nicht. Mhm. 2017 hast du gesagt, so die ersten drei Jahre in dem Fall hast du so ein bisschen nebenbei gemacht. Ja, zwei Jahre, zweieinhalb. Ja. Genau. Und dann 100%. Ja. Und dann hat es sich angefangen zu professionalisieren. Mhm. Und ich habe… Und ich habe… Als ich im 17. Box aufgetan habe, neu, habe ich mir ein Seminar gekauft von Ben Bergeron. Jawohl. Das heisst Box Excellence Seminar. Jawohl. Und das sind mehrere Videoserien, die einen Vortrag gehalten hat. Und das hat mir so ein bisschen den Grundstein gelegt, Sachen besser zu verstehen. Ja. Wie machst du es besser als andere, wie machst du es professioneller, Strukturen, auch marketingtechnisch, keine Werbung machen, Mund-zu-Mund, was dich zwingt, einen mega guten Job zu machen. Und dass gewisse Sachen verstehen und Strukturen davon übernehmen, die Entwicklung eingeleitet, dass es jetzt ist, wie es ist. Im Crossfit-Elf haben wir 200% Coaches, 250% Coaches, wir haben Stundenlehrner, aber alle profitieren sehr von den Berufscoaches, die wirklich von Berufscoaches sind. Und du bringst dir das eigentlich ein anderes Level her, habe ich das Gefühl, wenn die Leute halt wirklich aus ihrem Hauptberuf sind. Ja, ich denke, je mehr dass jemand Coaches ist, desto mehr Erfahrung bringt er mit sich, desto, ja, es ist ja immer das, wenn du etwas professionell machst, ist es anders, als wenn du etwas als Hobby machst. Ich denke, das ist definitiv das. Und das gesamte Team profitiert halt sehr von der Erfahrung von diesen Leuten. Und ja, es ist halt das Geschäft geworden, also nicht mehr das Hobby. Und trotzdem ist es noch ein Hobby. Weil es ist halt das, was ich gerne mache und das, was ich liebe. Und ja, ich habe das Schöne, dass ich ganz tolle Leute um mich herum habe. Ja, das hilft definitiv. Ja, weil allein kann ich nicht so viel machen. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, ich glaube, das, was das Geschäft auch richtig gut macht, ist eigentlich so zwei Punkte. Das ist, ein Punkt ist Kultur und ein Punkt ist Produkt. Und das sind sehr grosse Begriffe. Ja, definitiv, ja. Aber so dorthin, dorthin investieren, finde ich immer, es kommt von innen nach aussen. Das heisst, von da mit dem Team, mit der Kultur, die du im Team bist, mit Werten, mit Prinzipien. Wir haben, ich habe mein Geschäft so, oder unser Geschäft so, Sachen um Bautifairness, Ehrlichkeit, aber auch Mut zur Auseinandersetzung, also Mut zu haben, Sachen ansprechen. Ja. Und dann, wenn der Coach mir in die Klasse ist, dann muss er mir nach der Klasse zwei Sachen geben, die ich besser machen konnte. Ja. Und leist da Fehler, die du besser machen kannst, ist unendlich. Es gibt ganz kleine Details. Aber das ist mega wichtig. Das ist mega wichtig. Und das führt halt so zu einem Mindset, dass es wirklich so im Detail rein von Perfektion suchen oder im Detail rein von Arbeiten und ründere Übergänge schaffen vom einen Teil zum anderen. Und das führt zu einem besseren Kundenerlebnis. Ja. Und das ist so ein wenig, also das Kundenerlebnis ist Produkt, aber die Kultur ist nachher eben ein Team, den Mut lang das zu sagen. Und derjenige, der es aufnimmt, dass dieser ein Mindset hat, hey, ich werde da besser gemacht und nicht, ich werde kritisiert. Ja, absolut. Das ist die Einstellung, das Feedback, du hast das eine, aber der andere muss ja das Feedback auch aufnehmen können. Das haben wir irgendwann nochmal, also wir möchten das immer noch und ich finde das mega, mega wichtig. Bei uns ist es nicht ganz, ich kann so ein, ich mache also nicht jedes Mal ein Feedback geben, aber wenn mir etwas auffällt oder wenn jemand etwas auffällt an mir, dann sofort. Und ich versuche so zweimal im Jahr vielleicht, dass wir uns gegenseitig, ich habe so ein Formular mal gekriegt, so ein Feedback-Formular. Dass wenn du in der Klasse gewesen bist und dann nimmst du schnell kurz Zeit, füllst du es aus, dass du ein paar Punkte hast, die kannst du festhalten. Und dass aber die Coaches gegenseitig, aber Coaches auch bei mir. Und das finde ich mega wichtig, dass du dich gegenseitig besser machen kannst. Ja, voll, das ist mega wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Und eben Mut haben, Sachen ansprechen auch. Wenn du eine Kultur hast, ich finde in der Firma das Schlechteste ist so die Top-to-down-Kultur, wo irgendeiner der Chef ist und seine Untergebenen umgekommandiert. Sondern es ist immer so, eins plus eins, wenn du zusammenstaffst, gibt es eben nicht zwei, sondern zehn. Und das ist so ein wenig das Verständnis haben, dass gemeinsam, kann man wirklich grossartiges erschaffen. Ja. Und halt, dass meine Mitarbeiter, meine Teammitglieder, wir arbeiten zusammen und ich erwarte von ihnen, dass sie mich Rechenschaft nehmen für meine Arbeit. Also wenn ich Sachen nicht gut mache, was mein Job ist, dann erwarte ich von ihnen, dass sie mich darauf ansprechen und sagen, hey Toma, das war nicht so cool. Oder, Toma, so wie du vorhin mit mir geredet hast, das finde ich nicht so cool. Und wiederum erwarte ich auch von mir, dass sie das annehmen, wenn ich es ihnen so sage. Es ist halt sehr alles gleichwässig und fair und offen und schön. Ich denke, das ist vielleicht auch die Crossfit-Kultur ein bisschen. Ja, voll. Es hat aber auch, also ich muss sagen, es ist manchmal mega schwierig, also für mich zumindest. Ich weiss nicht, wie das bei dir gehandhabt wird, aber es ist irgendwie mit allen Coaches, du bist wie befreundet. Und das kann es mega gut machen, weil es halt mega gut harmoniert und jeder steht für den anderen ein. Aber andererseits ist es, wenn es manchmal eben Kritik gibt, es sind halt dann nicht alle vielleicht gleich kritikfähig. Oder man nimmt sich dann halt vielleicht etwas raus und sagt, ja, aber nein, dir gehört es, du musst es machen. Und wenn ich jetzt keine Zeit habe, dann ist das so. Du weisst, es ist ja so, wir sind ja befreundet. Es ist manchmal sehr schwierig, diese Gratwanderung zwischen, du bist ja trotzdem noch irgendwo Chef, aber du bist auch Kollege. Ja, das ist ja so. Es war früher eher ein Thema als heute. Heute ist es anders, weil ich mit den Leuten klarer geworden bin. Ich bin sehr klar mit den Erwartungen. Und da kann es auch sehr klar sein, wenn die Erwartungen erfüllt werden. Ja, absolut. Aber ich weiss, dass meinst, es ist, ich habe auch mit Partnerin zusammengearbeitet, das wirklich viele Schwierigkeiten macht. Auch nicht gegangen ist. Jetzt geht es wieder. Ja. Es ist so ein bisschen, es ist eine Gratwanderung. Es ist aber viel, zu meiner Erfahrung, wenn du klarer wirst, wird es einfacher. Ja. Und das ist so eine Fähigkeit, die du trainieren kannst. Dass du dich ganz klar fährst auf Ausdrücken und sehr straight bist, aber so ein bisschen die Balancefinger von mutig zu sein, aber auch rücksichtvoll. Das heisst, nicht einfach mit Pam. Nein, klar, absolut. Hast du das Gefühl, das hat vor allem geändert? Du hast vorhin gesagt, ihr habt 200% Stellen, 250% Stellen, etwas noch die Stundenlohner. Hast du das Gefühl, es hat sich verbessert vor allem, wo klarere Strukturen gehabt hast, auch im Sinne von, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht einer, der in der Woche 2-3 Stunden coacht, der ist halt so, ja, es ist einer, wo, also ich habe viele Coaches, die haben bei uns angefangen zu trainieren, haben sich so etwas etabliert, sind besser geworden, haben mal die Ausbildung gemacht, haben sie nachher genommen als Coaches und es sind halt, wie gesagt, Kollegen aus dem Kollegenkreis und bei uns ist aktuell immer noch alles auf Stundenbasis und es fehlt vielleicht, sagen wir die Lohnstruktur in diesem Moment. Das ist wie so, wenn du, ja, ich mache es ja noch aus Freude, eben so, Hobby, oder wenn ich halt weiss, okay, ich bin 100% angestellt oder 50% angestellt, das ist das, was ich dafür bekomme, das ist das, was davon erwartet wird, dass du die Leute ein bisschen mehr Pflicht nimmst vielleicht auch. Also es ist sicher einfacher, wenn die Leute wirklich Vollzeit dort arbeiten. Es ist aber auch einfacher, weil nachher so eine Teamkultur entsteht, wo halt alle am gleichen Haar schreissen und wenn einer nicht mitmacht, dann wird er nicht nur von mir, sondern von allen quasi darauf aufmerksam gemacht. Und dann kommt es fast nicht mehr vor, dass einer nicht so mitmacht. Jeder ist sich bewusst, wenn du eine Klasse, wir haben recht ausumfangreiche Briefings, wenn du eine Klasse vorbereitest als Coach, dann belegst du mal, welches Setup ist heute cool. Und es sind so ganz viele Details, dass wir haben, bei uns ist kein Zufall. Also bei uns gibt es nicht ein Warm-up, wo die Leute ihren Platz suchen, sondern sie gehen dorthin, wo wir... Nicht so viel bei mir heute. Es sind aber weniger Leute. Wir coachen auch grössere Klassen und das bedingt extreme Strukturen. Das heisst, wir haben zum Beispiel Markierungen am Boden, das sind auch so x. Und jeder Athlet hat 9m². Ja. Und so im Standard-Setup geht der Athlet auf 6 und nimmt sein Equipment, oder das Equipment liegt schon dort, wenn wir... Wir brauchen Barbells im Warm-up, es kommen 12 Männer, 4 Frauen, da sind 12 Männerstangen dort, 4 Frauenstangen... Das ist eigentlich alles vorbereitet. Ja. Und dann hast du alle Leute dort, die sie haben. Jetzt kann es aber sein, dass es mit der Zeit langweilig ist, wenn die Leute immer auf 6 tust. Ja. Und du hast vielleicht ein cooles Workout, wo du ein Ruedengerät brauchst und Push-Presses machst. Und vielleicht so wie heute mit... Alle drei Minuten musst du X, Y und Z machen. Genau. Und dann überlegst du dir mal, welches Setup ist cool. Und dann kommt dir vielleicht ein anderes Setup in den Sinn, als alle aufs X stellen. Dann machst du vielleicht zwei Reihen Mitte mit Barbells und draussen alle Ruedengeräte hin. Das ist eine schöne Abstrengung. Und dann ist alles so vorbereitet. Und das gehört halt alles in die Vorbereitung des Coaches. Ja, klar. Und dann weisst du, okay, das Setup, kann ich dort noch teachen in diesem Setup? Wenn nicht, was muss ich machen? Dass sie darüber gegangen vom Warm-up zum Teaching, zum Kraftteil gut herbekommen, wo sie jetzt so Probleme in der Klasse... Wo kann ich die Klasse verlieren? Group-Time-Management-Geschichten. Sie hat die ganzen kleinen Details, die du als Coach planen musst. Und dann machst du deine Timeline, machst du deine Progressions. Und wenn dann ein anderer Coach bei dir in der Klasse ist und du machst keinen guten Job, dann sagt er dann das. Hey Mark, heute Warm-up, da alle durcheinander laufen. Scheissiges, ich habe gar nicht. Gehe gar nicht. Aber es ist immer eine sehr respektvolle Art von einem Feedback. Und inzwischen sind Coaches so, dass wenn du kein Feedback hast, dann kommt das WhatsApp, Hey, hast du mir dann noch das Feedback von heutiger Klasse? Und das finde ich halt schon recht cool. Das ist mega gut, ja. Weil es macht uns alle besser. Und das stellt uns alle auf das gleiche Level. Weil jeder bekommt Feedback. Egal ob du Staff-Coach bist, der fix angestellt ist, der Stunden-Coach bist. Aber wir profitieren sicher von den 100% Angestellten, weil die das ganze Team so ein wenig auflaufen können. Mit der Erfahrung. Ja und weil du es halt mehr machst, wenn du mehr Coach bist, hast du mehr Routinen und kannst mehr Sachen einbringen. Du hast, das haben wir dummerweise vorher schon mal angesprochen, du machst das Programm nicht selber. Du hast eines, das du einkaufst. Und dort hast du aber sehr viele Infos drin, durch das Coaches-Briefing. Richtig. Wie viele Details hast du dort, oder wie viel, kann man es so sagen, wie viel kann der Coach noch sein Coaching einfliessen lassen? Wie fest ist das vorgegeben? Theoretisch kannst du alles so nehmen, wie es dort steht. Ja. Und, sein Coaching ist immer so eine Frage, seine Art, die sie immer haben. Ich möchte, dass jeder Coach sehr individuell ist. Ja, das finde ich auch mega wichtig. Und in irgendeinem Roboter, der das Programm abspult. Was wir machen, ist, wir haben eine normale Stunde, dann ist Warm-up, dann ist das Teaching und dann ist, sagen wir jetzt mal, ein Kraftteil vielleicht und dann ist Wot. Und dann hast du jetzt vom Programm, das wir einkaufen, geben sie dir das Teaching vor, das ich in 90% nicht brauche. Ja. Aber für einen Coach, der vielleicht am Anfang steht, eine gute Hilfe ist. Absolut. Aber ich überlege mir dann, okay, was will ich heute in den Fokus stellen? Wir haben einen Deadlift. Dann will ich heute in den Fokus stellen, okay, ich möchte, die Leute lernen, mit dem ganzen Fuss von unten anzudrücken. Und dann baue ich eine Progression, um den Fokus herum, den ich ihnen geben will. Ja. Und so profitieren eigentlich gute Athleten, von diesen Details, mit dem ganzen Fuss im Boden halten und und und. Es profitieren aber auch die Anfänger davon, wie du die ganzen Bewegungen durchmachst. Genau. Und wenn du jetzt aber Anfänger-Coach bist und das Briefing hast und vielleicht nicht zu viel Erfahrung hast, dann hast du dann halt das Punkt, wo es so ein bisschen genereller ist, sage ich mal, und dann kannst du das Teaching nicht. Dass jeder einen sicheren Deadlift macht. Und dann kannst du das Teaching kopieren, dann gehst du aber weniger individuell auf die Klasse ein. Ja. Weil ich habe ja auch geschaut, wer kommt in die Klasse. Ah, der Marc. Ja, der Marc hat immer Probleme. Die öffnet sich ein bisschen zu früh. Genau. Heute bauen wir das Teaching für den Marc. Und zwei Drittel von der Klasse profitieren auch noch davon. Ja, genau. So wie bei dir, wo wir heute Positionen durchgenommen haben. Ja. Ich meine, jeder profitiert immer. Weil es ist keiner perfekt. Genau. Es ist immer die Frage, wie gehst du damit? Siehst du es einfach als, ah, jetzt müssen wir das durchmachen oder siehst du es als, ah, okay, jetzt fokussiere ich mich auf das. Ja. Das ist glaube ich schon. Das ist auch schon die Einstellung nachher vom Athleten selber. Es sind gerade gute Athleten, die haben vielmals auch so, uh, jetzt machen wir wieder eine Kipping Pull-Up Progression. Aber sie machen gar keine perfekten Kipping Pull-Ups. Sie haben vielleicht keinen schönen Arch und die Beine öffnen und 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 und. Und gerade für solche Leute ist es eine tolle Chance, sich fühlt es besser. Aber wie du sagst, man muss wollen. Ja, das ist die Einstellung. Die Frage ist, ah, cool, jetzt kann ich daran arbeiten oder, ah, okay. Brauche ich mich in die Kassion. Du musst schon wieder ein paar Kipp-Swings machen. Ja, voll. Als du den Punkt gemacht hast oder respektive die Entscheidung getroffen hast, ich gehe jetzt wieder ein bisschen zurück, 2017, und du entschieden hast, okay, jetzt all in, was hast du denn alles geändert in der Box? Wie hast du das, wie hast du es auf umgewandelt? Weil du hast gesagt, damals am Anfang sei es noch so ein bisschen mhm, und dann irgendwann von dort ist es mega professionell geworden. Es hat angefangen mit mehr Klassen, also wir hatten eine Morgenklasse, dann die Struktur, dann haben wir das angefangen mit diesen Markierungen machen. Du hast es nicht erst bei Corona angefangen. Genau, es hat nicht erst bei Corona angefangen. Es ist auch, wir hatten früher auch ein Rack in Mitte auf dem Raum. Ja. Was, quasi ein grosses Rack in Mitte und darum sind die Leute, was mega schlecht ist zum Coachen. Ja, vor und nach, vor und nach, das ist so. Und dann haben wir angefangen, da habe ich ein bisschen Spaß für die Basel als Vorbild genommen, alle Ricks auf die Wand stellen. Ja. Und dann hatte ich eine grosse Fläche und mit der grossen Fläche habe ich besser die Leute aufstellen. Also so, solche Strukturen haben geändert. Wir hatten viel mehr Material. Ich habe dort recht investiert in Material und auch in Regal. Es ist auch sehr geordnet bei uns. Ja. Das ist so etwas das, was angefangen hat. Dann habe ich Level 2 gemacht in dieser Zeit. Dann habe ich das erste Mal richtig offen begreifen, wie man eine Progression macht. Coached ist vielleicht nicht schlecht. Ah, ich finde es so. Ja, es ist... Das hat mir wirklich viel geholfen. Ja. Und dann habe ich so... Es war eine schöne Erkenntnis, dass man nicht dort ist, wo man denkt. Krass. Und ich weiss nicht, Kathrin Elias hat die geheissen. Ich weiss nicht, ob du die kennst. Das ist so Level 3 Coach. Ja. Und die hat uns dort am Level 2 gecoacht. Eine Gruppe von 16 Leuten. Pushjerk. Und das hat mich enorm beeindruckt, weil ich jetzt so viele Details gesehen und die Kommandos, Setup, Go, Release. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich möchte auch so coachen wie die, aber sie sehen, dass ich es nicht kann. Und dann haben wir das auf Aufbau und auf Progressions einbauen. In dieser Zeit haben wir noch selber geprogrammt. Ja. Ja, so hat es sich dann so ein wenig entwickeln. Und nachher ein grosser Schritt war mit dem Programm, in dem wir die eingekauft haben. Was die Stunde betrifft, hat mir meine Coaches viel besser gemacht. Kann ich auch sagen. Ja. Das ist ein Unterschied, wenn ich eigentlich so kleine Timeline herstelle und schreibe, heute geht es um das. Ja, genau. Und heute habe ich zwei Jahre, vier Zeit ein Briefing mit vielen Details und Workout-Feel und Group-Goal und Performance-Goal. Und die ganzen kleinen Details, die wirklich... Ja, heute... Für mich ist es jetzt anders. Wenn ich die Klasse sehe, ich kann es jetzt anders vorbereiten, weil ich das hatte. Ja. Aber wenn ich jetzt ein Coach bin, profitiere ich enorm von diesem Briefing. Ja, also ich denke, der Unterschied ist... Wenn du sagst, ich schreibe das Programm noch selber. Wenn du es schreibst, weisst du genau, was dein Ziel ist. Und das natürlich nachher können genau dem nächsten Coach auch weitergeben, ist vielleicht nicht immer ganz so einfach, ausser du hast halt so ein riesen Briefing. Ja. Und das hat schon nachher viel zum Besseren verwendet. Also ich meine, die Leute wollen sich besser bewegen. Mhm. Es ist halt weg vom Strength-Based hin zu GPP-Programming. Viel mehr Teachings, wirklich viel mehr... Water-Preps und 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 und, die overall eigentlich zu einer massiv besseren Bewegungsqualität bei uns geführt haben. Und halt weniger Krafttraining. Aber auch das overall ist nicht mega abgesackt weniger als ich gedacht habe. Und jetzt so nach Jahren merke ich eben bei mir ja mal wieder ein Deadlift-PR und mal wieder ein Squat-PR und das muss man nicht ständig Squatten und ständig Deadliften. Squat ist schon ständig und einfach nicht immer im Max-Bereich. Nicht immer im Max, genau. Von dem her, ja. Was würdest du... Ich greife jetzt mal wieder ein bisschen vor und ein bisschen zurück. Was würdest du sagen, was unterscheidet das oder vielleicht dein Konzept, Wedi hat ja das gleiche Konzept, nehme ich an. Ja, sehr ähnlich. Und Lys hat auch ähnlich oder das gleiche Konzept. Was unterscheidet euch... Was ist der grösste Unterschied zu einer anderen Box? Ähm... Ich würde sagen, es ist... Ohne, ohne. Es greift niemand an. Wenn es einfach ein paar Angriffe fühlt, dann soll sich Angriffe fühlen. Aber es ist so. Es ist deutlich professioneller. Ja. Wir haben sehr viel definiert. Wir haben so ein Business-Kit, wo wir... Jetzt nicht mehr, dass wir das hier im Video sehen, wo wir aber alles drin haben. Von Lightbuild, über Core-Values, über das Kunde-Erlebnis definierte 4 Punkte, über das Merkmal von einem Coach, das Merkmal von einer Klasse, äh... machen 10 Regeln für Coaches. Und wenn du anfängst bei uns, das ist ein internes Dokument, dann bekommst du das, lese das und dann kannst du mal schauen, ob ich mich mit dem identifizieren kann. Was ist überhaupt drin? Nein. Nein, für die Members. Äh, für die Coaches. Angehende Coaches. Und dann haben wir Kultur, Feedback-Kultur und eben Klassenberiefs. Eigentlich, ein Teil ist Coaching und ein Teil ist Kultur. Ja. Und es ist sehr viel klar. Das heisst, wenn du bei uns anfängst, dann gebe ich dir das an, bevor sie dich einstellen oder beabsichtige dich einstellen, dann muss man menschlich sehr passen. Ja. Es geht sehr viel um Empathie. Das ist so. Es ist so mehr Social als Fitness-Business, was wir machen eigentlich. Ähm, das ist ein Teil. Ich finde, das ist etwas, was wir extrem geholfen haben, alle neue Boxen aufzubauen und alle neue Leute einschaffen. Ja. Und neben dem haben wir noch einen Einführungskurs von 25 Stunden als Coach. Ja. eine Mischung aus One-on-One und Coach im Sinne von mit Shadowing und dann einzelne Teile übernehmen von der Klasse. Ja. Wir haben so eine wirklich Ausbildung interne. Ja. Nebst Level 1, den musst du haben. Level 1. Und einfach so, du musst ja schon Crossfit machen, um coachen. Hilft ja. Hilft ja. Ähm. Und das ist so etwas das einfach, dass wir auch, und ich habe gemerkt, so harmonische Teams geben ein extrem tolles Kunderlebnis. Ja. Das heisst, wenn du bei uns anfällst, musst du ins Team passen, natürlich. Klar. Und äh, die Kultur leben und das, was wir hier inne haben, z.B. die Core Values, dort sind Sachen wie, äh, wie Ehrlichkeit oder Always be Communicating, also immer reden. Mhm. Und wir arbeiten auch mit dem, dann machen wir Teamsitzungen und dann sage ich, hey, wir haben unsere 10 Core Values, heute reden wir über diese zwei. Ähm, wie machen wir das? Was können wir besser machen? Was machen wir gut? Ja. Dass es halt immer ein aktiver Teil ist und gelebt wird. Also, ich meine, das ist natürlich auch bei grossen Firmen. Ja, ja. Aber hier wird es nicht gebraucht. Für immer ist es, also ja, unsere Sachen, du bist für die Sicherheit gelesen, und ich habe nicht zufrieden, dass wir das leben. Ja. Aber hier, wir leben es. Ja. Das kennen wir irgendwo her. Ja. Und das ist dann das von innen nach Hause. Und dann, wenn du es kommt zu uns kommst, dann hast du Leute, die lieben bei uns arbeiten, Leute, die sehr klar ist, was ist der Standard bei uns. Ja. Und extrem, sagen wir mal, darauf schauen, den Standard einzuhalten. Und das von da mit lächeln und begrüssen, wenn ein Member rein kommt. Ähm, aber auch ein Erlebnis zu schaffen. Und das Kunderlebnis ist bei uns, wenn du rein kommst, von da und nicht, wenn du trainierst. Ja. Und es hört auf und raus und gehst. Und dann hast du Sachen wie eben, eine professionelle Bar, wo kannst du noch Zeit verbringen bei uns. Wir haben Aufenthaltsbereiche. Mehr Leute verbringen extrem viel Zeit ihre Freizeit in der Box und nicht mit Training. Professionelle Bar heisst, du hast eigentlich noch eine Bar in dem Sinn. Ja, es ist noch eine Bar, so eine Smoothiebar. Ihr habt schon mal kurz darüber diskutiert, ich bin gerade weggelaufen, weil ich es nicht hören wollte. Nein. Was heisst für dich eine professionelle Bar? Also, wir haben alle einen Kühlschrank und eine Bar vorne dran stehen. Dort können sich die Members einfach ihre Getränke kaufen. Wir haben eine Bar, die quasi eigenständig ist. Jetzt im Crossfit Office im separaten Raum. Jawohl. Dort haben wir eine Barchefin, die arbeitet 50% dort und arbeitet mit Leuten im Stundenlohn zusammen. Und dann gibt es einfach, am oben ist die Bar bedient und du kannst Shakes bestellen, es gibt Müsli, die du essen kannst. Aber die, die du zum Morgen gehst, hast du heute gehalten. Wie heisst das Ding schon wieder? Proz. Das ist von Protein und Oats. Hast du das mitgenommen? Nein, aber ich bring dir eine Scheisse. Schade. Ist gut. Und es sind gewisse Services, die du neben dir hast, wo du in die Box kommst und dann deine Zeit dürfen bringst. Also statt dass jetzt am oben beide sagen, du gehst mit Kollegen ziehen, du gehst zum Training, du triffst dich, du trainierst und bist dann noch dort und du hast das Soziale, wo halt ein mega wichtiger Teil ist auch vom Crossfit. Ja, absolut. Das ist eigentlich Fitness und Social Business. Genau. Und das kombinieren, es hilft halt, wenn der Leute eine Möglichkeit gibt, die Zeit... Die Infrastruktur noch spüren. die Zeit verbringen. Und halt auch... Ich meine, die Shakes sind mega gut. Die sind Hammer. Die sind so mit Kokoswasser und... Früchten und eben Protein und 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 so. Es sind so... Die Ernehmens, zum Beispiel Murph und Don und Protein Supreme und... Ich hab's noch so ein bisschen stylisch gemacht. Ja. Ja, und das sorgt halt für ein Erlebnis. Das hast du seit 17 oder hast du das vorher schon gemacht? Also wir haben schon immer Shakes gehabt. Aber nie... Die Professionalität jetzt, die wir mit dem Bart haben wir erst seit dem ersten Lockdown. Ja. Wo wir dann... mehr Raum gehabt mit dem Bart innen. Jawohl. Und dann haben wir das neu gebaut. Und äh... Ein Innenarchitekt hat uns einen Plan gezeichnet. Und das sieht wirklich mega cool aus. Und äh... Seither ist es so ein bisschen... auch dort so ein bisschen das nächste Level. Ja. Kannst du das MyLeo in Berlin? Crossfit Box? MyLeo, ja. Also vom Gehörsaal, ich bin noch nie da. Von innen habe ich das Bartkonzept eigentlich. Also... Als ich dort bin, das war eines der besten Erlebnisse, die ich mit Crossfit wenn ich Drop-Ins mache. Jawohl. Und... Ich probiere immer etwas mitnehmen, wenn ich tolle Sachen sehe. Und was ich bei ihnen mitgenommen habe, ist so... Das Training und so ist alles auf unserem Level gewesen jetzt, mir denke ich. Sehr gut. Super gedacht. Aber... So ein paar habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist... Schritt voraus. Schritt voraus, dass ich auch Kokoswasser kann, hast du eigentlich so die Dinge auswählen. Ja. Das ist zum Beispiel Schocke-Proteine und noch eine Banane. Und wir haben es nachher noch so ein bisschen unser Konzept gemacht. Und einfach wirklich schon exkriert. Ja. Meine... Freundin hat früher eine Smoothie-Bar geschaffen. Jawohl. Und dann hat sie die ganzen Shakes kriert. Und die Smoothies. Und sie sind mega gut. Ja. Am Abend. Am Mittag auch, aber dann machen sie Coaches, wo am Mittag coachen. Ja. Aber am Abend ist schon eigentlich das, was am meisten läuft. Ja. Ich denke, am Mittag haben die Leute auch nicht grosse Zeit, nachher noch zu spielen. Ja, viele trinken, so ein Shake-to-go, nehmen sie ihnen mit. Ähm... Das läuft schon, aber am Mittag und am Morgen ist auch nicht so viel los wie die Box. Am Abend ist wirklich viel los. Wir reden von... Acht Klassen mit... Im kleinen Raum haben wir 12 und im grossen Raum haben wir 16. Ähm... Und die sind meistens... Die sind meistens alle sehr gut besucht bis ausgebucht im Moment. Also es ist recht... Das Volumen an Leuten, die in die Box kommt. Hast du so viele Leute, die du hast? Oder hast du so viele Leute mit hohen Abos? Ähm... Wir haben nur ein Abo. Okay. Das ist unlimitiert. Okay. Und äh... Ich hatte es nicht immer so. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich das Versprechen, das wir Leute machen, wir machen fit, nicht einhalten kann mit zweimal Training in der Woche. Ja, das stimmt. Und... Also ja. Ja. Wenn du frisch anfängst und 10 Uhr auf dem Sofa bist, okay. Aber auch dort, nach... einem halben Jahr, bist du recht schnell. Ja. Und dann habe ich auch festgestellt, dass die Leute mit mehr Möglichkeiten zum Trainieren auch mehr kommen, mehr Freude haben, mehr Erfolg haben. Und... mehr kommen. Und dann haben wir... Vor... zwei Jahren haben wir alle... die Unterabos eigentlich rausgecutt. Jawohl. Und haben nur eine Unlimitierung gemacht. Und jetzt... der grossesten Schock gewesen am Anfang für gewisse. Äh... Größer. Ja, das ist auch eine finanzielle Frage, dann im ersten Moment. Ja. Also wir haben den Leuten die Möglichkeit, noch zu hören. Also die, die noch die Abos haben, es gibt noch... zwölf Abos jetzt, die so alt sind. Von denen, die ich habe. Ja. Aber nicht mehr viele. Und dann nach und nach hat es die meisten Ideen aufgetan, weil dann ihre Kollegen auch mehr gekommen sind. Und dann möchtest du selber auch mehr gehen. Und ja. Und es hat halt zurückgeführt, dass sie mehr Freude bekommen. Ja. Also wir haben schon viele Leute, die viel kommen. Ich glaube so im Schnitt kommen die Leute so drei bis dreieinhalb Mal. Ja. In der Woche. Es gibt Wochen, wo sie mehr kommen, Wochen, wo sie weniger kommen. Klar. Das ist so der Schnitt. Ja. Aber es macht es halt einfach. Auch für uns. Aber auch für uns. Ja. Jeder zahlt gleich viel. Jeder hat gleich ein Abo. Ja und wir haben... Das meiste, wenn wir ab jetzt Crossfit. Mhm. Dann haben wir eine Anfänger-Klasse. Rookie. Ja. Also wir haben bei uns keine Einstiegskurse oder so. Ja. Sondern bei uns kannst du eigentlich Probetraining machen und kommst in eine Rookie-Klasse. Ja. Und die ist sehr simpel. Ja. Hast du ein anderes Programm wie wir auch? Ja. Das ist eigentlich auch ein eingekauftes Programm, aber eigentlich ein strength-based Programm. Ja. Wo wir dann selber die abändern und es sehr einfach machen. Sehr einfach im Sinne von Intensität ist relativ hoch. Mhm. Aber äh... Hast du dir vorstellt wie eine Stunde wie heute eigentlich? Du machst einen Kraftteil mit Teaching, wie z.B. Deadlift und danach kommt im Watt wieder der Deadlift vor. Und das ist einfach Low-Skill-Sache. Eben z.B. heute... Die Stunde heute hätte auch Anfängerstunde sein können. Absolut. Hättest du mit dir hin können. Genau. So ein schönes Teaching und so hast du auch Übungen mit nachgeschaut. Und wenn die Leute regelmässig in das Rookie gehen, dann haben sie auch ein bisschen Cleans. Natch ist das Einzige, wenn man dort nicht nachgeschaut. Ja. Dann machst du Cleans, Deadlifts, Squats, Frusters, alles was du brauchst für die generellen Skills. Und du bist je nach Athlet so zwischen einem Monat bis einem halben Jahr in diesem Rookie-Programm. Ja. Viele Leute fühlen sich auch wohl dort nachher. Ja, klar. Und dann, wenn du die ready fühlst, gehst du in die normalen Klasse. Entscheidet das der Athlete selber, dass er ready ist, oder entscheidet ihr das? Mir die Leute äh... die Leute sagen, hey Mark, komm doch mal in die normalen. Ja. Die Leute sind meistens recht gehemmt. Weil du siehst die normalen Klassen. Ja. Und man sieht natürlich nur die Besten. Ja, das sind halt die, die auffallen. Genau. Und dann, ja aber nein, ich kann das nicht. Ja. Ja, weil die in dieser Klasse nicht 16 Ringmals als Tag gemacht, sondern 4 oder 3. Und die anderen haben etwas anderes gemacht. Genau. Ja, und dann, was wir noch haben, ist äh... wir haben so eine kleine, eine kleine Mix an Spezialklassen. Jo. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man sich nicht in der Spezialklassen verliert. Weil man schlussendlich Crossfit anbieten. Ja, finde ich auch. Ähm... Und das heißt, wir haben 5 Mal pro Woche Build, das heißt das, das Krafttraining. so über 3 Monate das Zeug an der Schreibung. Ja. Das ist ziemlich cool, das ist eigentlich... Ja, das ist traditionelles Krafttraining, wo immer alle 3 Monate andere Systeme, mal Clustersets, mal Wave-Loading, mal... Es gibt ja urzählige Sachen. Und dann, das ist auch sehr beliebt, fast zu beliebt, ehrlich gesagt. Ich möchte aber nicht mehr haben, weil ich nicht mit diesen Sachen verlieren will. Wie machst du das? Du hast ja mega viele Klassen pro Tag. Du hast dann jeden Tag so eine Spezialklasse oder sind Spezialklasse an gewissen Tagen nur? Ähm, jeden Tag, aber es sind nicht immer die gleichen. Ja. Zum Beispiel im Bild ist es sehr... Du hast immer Mändi, Mittwoch, Freitag, Samstag. Dann hast du eigentlich das gleiche Programm und ziehst du das Programm vom Mändi. Und jetzt ist es zum Beispiel Mändi Squat. Und dann wissen die Leute, okay, jetzt kann ich 12 Wochen lang, wenn ich meistens am Mändi komme, dann wird mein Squat besser. Ja. Wenn ich meistens am Mittwoch komme, ist Push-Pull. Also horizontaler Druck, vertikaler Zug. Samstag ist vertikaler Zug, horizontaler Druck. und am Freitag ist der Deadlift. Ja. Und dann kannst du dich so entscheiden, okay, ich mache zweimal Wochen Bild zum Beispiel noch dazu. Ja. Und mir ist wichtig, Oberkörper und eine Unterkörpereinheit. Und dann wählst du es aus und dann empfehlen wir den Leuten, möglichst regelmässig in den gleichen Kurs zu gehen. Ja. Und das ist eigentlich jeden Tag einmal. Und dann nehmen wir zweimal Weightlifting. Immer zur gleichen Zeit. Also, nein, am gleichen Tag immer zur gleichen Zeit. Ja. Aber zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Tagen. Okay. Und dann nehmen wir Weightlifting zweimal. Das ist immer ausgebucht, aber ja, da können wir die, die wir ein wenig mehr wollen vom Crossfit und ein Gewicht haben machen. Und eine ist Gymnastik. Und am Sonntag haben wir auch offen. Dann haben wir Endurance Club. Was recht geil ist. Das ist eigentlich Ausdauer. Ja. Und dann nehmen wir so harte Techno ab. Das ist wirklich so Boom, boom, harte Techno, richtig laute Musik. Ja. Und Ausdauer machen zusammen. Und das ist unterschiedliche Tasks. So Crossfit Style, dass es Spass macht, aber dass du eigentlich 50 Minuten Ausdauer machst. So viel Low Skill Also nur Ergometer. Ja, nur Ergometer. Nur Ergometer. Wir haben Mischung, wir haben Skierks. Im Elf haben wir 40 Ergometer. Das ist recht viel... Ja, mit... Das ist halt... Das ist cool, viel Material zu haben. Es macht... Ja. Es macht viel... Es braucht viel Platz. Aber du machst Sachen mit Skierks, mit Roll, mit Bikes, mit Run. Und du machst das irgendwie irgendwie. Das macht es halt immer interessant. Ja. Kannst du High Rocks? Ja, genau. Kannst du dir das so vorstellen. So 40 Minuten Workout. Low Skill schwitzen. Mhm. Und das ist halt bei uns so... Auch im Programm. Und Rest Day. Ich fühle mich Rest Day. Ich fühle mich Rest Day. Und es ist so ein bisschen der Tag im Programming, wo so ein bisschen fancy Zeug macht. Static Holds, Front Rack Holds. Ja. Das, was vielleicht... Was zwar wichtig ist, aber nicht so sexy... Viele nicht so cool findet. Nicht so sexy ist. Ähm... Ob ich mir unterschätzt habe. Wenn die Leute im Workout sind, dann sind sie ein richtiger Anschlag. Ja, ja. Aber auf dem Papier sieht es nicht so sexy aus. Ja, das ist so. Und dann haben wir noch das als Alternative für die, die einfach schwitzen. Ja. Ja. Aber das ist im Elphi so. In der anderen Box ist es nicht so umfangreich. Ja. Weil es halt... Ja, vom Platz her war es gar nicht möglich. Ja, zwei Räume macht es viel anders. Ja. Aber du brauchst auch Members für zwei Räume. Das Elphi ist am Moment... Dort haben wir 365 aktive Leute. Ja. Also die, die nicht aktiv kommen, die haben wir aus dem Deaktivieren. Ähm... Lease ist... sind wir jetzt bei 140 nach... 11 Monaten, was sehr gut ist. Ja, das ist super. Und Wedi sind wir etwa bei 200. Mhm. Ja. Das ist gut. Die Klasse... Wie startest du? Also du hast zwei Räume. Startest du gleichzeitig immer? Oder versetzt? Ähm... Versetzt. Versetzt. Ja, weil das ist mega cool zum Buch, wenn es kommt. Du kannst auch 30 Minuten Klasse buchen. Ja. Was dir wirklich viel Flexibilität gibt. Ja. Spannend. Wir hatten das gehabt. Wir haben es aber wieder rausgenommen. Weil es dann halt... Also vor allem der Hauptgrund ist so ein bisschen... Ich sage inzwischen wäre es vielleicht auch wieder anders. Das hat äh... Wenn halt... Die Ausbuchung nicht ganz so gut ist, hast du dann manchmal... Drei in den... 17.30 und drei in den 18.00. Und... Das war dann einfach so ein bisschen halt... Ja. Das ist auch nicht so lässig. Es macht auch nicht so viel Spass. Du hast keine volle Klasse in dem Moment. Und dann haben wir gefunden, dass wir sie wieder gleichzeitig starten. Und dann... Ja, dann kannst du es zusammennehmen, ja. Genau. Du kannst es zusammennehmen, wenn es nicht zwei braucht. Und wenn es zwei braucht, dann hast du zwei. Ja, es ist schon so eine leere Klasse machen. Auch für die Leute nicht so Spass. Es ist für den Coach... Also Coach... Klar, du kannst es one-on-one machen, je nachdem für... Also wir... Ich weiss nicht, wie ihr das macht. Wir coachen ab einer Person. Wir auch. Und dann hast du halt... Für den Athlet kann es mega cool sein, wenn es so etwas Technik... 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 Techniklastiges ist, leckt er mir noch nicht Mühe. Dann ist es mega cool. Aber wenn du natürlich so irgendetwas hast, so ein bisschen Endurance oder ein bisschen längeres Workout oder irgendein langes E-Moment, das man allein machen muss, dann... Ja, es ist so ein Pain. Der Rest durch. Und du lebst... Als Athlet lebst du schon ein wenig vor Gruppendynamik... Mega, ja. Und einfach von dem Zusammen sein. Es kann cool sein, wenn du so Weightlifting hast. Aber sonst bin ich auch nicht der Fan von... leeren Klassen. Ich muss sagen, unsere Morgenklassen laufen nicht mehr so gut. Ja. Was heisst morgen? 9 Uhr. Mehr als 6 Uhr morgen. Jawohl. Nicht jeden Tag. Im Wädi sind immer bumsvoll. Ja. Ich habe das Gefühl, je näher du noch Richtung Zürich gehst, desto besser läuft das. Und bei uns so... Es ist so random. Mhm. Von mal elf Leute am Morgen am 6 Uhr zu mal vier, fünf. Und wieder so die Community, die es gibt. Ja, das ist bei uns auch so. Und 9 Uhr ist auch so... random. Ich habe noch keine Logik gefunden. Von mal 13 Leute. Ja cool. Ja. So drei. Hast du... Das ist ein guter Punkt. Hast du generell irgendwie schon mal eine Logik gefunden? Kannst du... Kannst du bei dir etwas... Ja gut, bei dir sind einfach alle Klassen voll, aber... Am oben ja. Kannst du so ein wenig... Das ist manchmal so unterschiedlich. Es ändert ja nicht... Also unsere Memberzahl ändert nicht von Woche zu Woche. Aber es ist so krass, wie manchmal... Du hast... einen Dienstag. Alles proppenvoll. Die Woche darauf... hast du zum Teil Stunden, wo du nur einen Coach brauchst. Wo du nur die Hälfte hast. Die Woche darauf ist wieder proppenvoll. Dann hast du mal... einen Tag, wo du sogar mal wieder eine Klasse canceln musst. Irgendwie die letzten oder so... 1930, wo keiner mehr kommt. Es ist so unglaublich unkonstant. Obwohl die Memberzahl eigentlich gleich bleibt. Ja, es gibt... Nein... Ich habe auch schon versucht... Klar gibt es so gewisse... Sachen zu Freitag oben. Ähm... Ist tendenziell schwacher. Ist tendenziell schwacher. Wir haben jetzt Rookie-Klasse noch nicht rein. Dann kommen die Rookies, weil die wenig... Die haben nur fünfmal... Nein, sechsmal in der Woche. Ja, genau. Es sind nicht so viele Klasse, die ich auswählen. Ähm... Aber tendenziell ist... Freitag oben schwach. Wenn ein Snatch drin ist, ist es immer so ein wenig... Zum Beispiel heute beim Snatchen. Ja. Ähm... Der Meki am Ende ist... Pratsvoll. Es ist voll. Aber nicht überbucht. Ja. Ähm... Das merkst du so ein wenig... Spannend. Snatch... Ich weiss nicht. Es ist so eine schöne Bewegung. Ja, aber es ist halt... Schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich habe... Ich habe den Snatch... Wir haben jetzt gerade einen Snatch-Cycle bei uns. Und... In der ersten Woche... Ich plötzlich... Was ist los? Donnerstag... Ich hatte mega leere Klassen. Aber die zweite Woche war dann wieder voll. Die zweite Woche war gestossen voll. Jede Klasse ausgebucht. Kann es mir nicht erklären. Ja, es ist so ein wenig... Aber meistens ist es wirklich so ein wenig... Es gibt nicht so viel Logik. Es ist halt je nachdem, was die Leute haben. Und... Es gibt so viele Faktoren. Aber so gewisse Sachen siehst. Eben, Snatch ist nicht so beliebt. Weil es halt... Es braucht Zeit, bis du es gerne hast. Ja, das ist so. Ähm... Aber... Wenn du es mal kannst, ist es... Für viele nicht der Favorite. Ja. Das merkst du auch... Die Leute, die keine Snatch-Cycle, das ist die Lieblingsgruppe. Und... Donnesty ist nicht so extrem voll. Und wir haben eben so Sachen gemacht. Im Donnesty haben wir das Gymnastik. Jawohl. Ähm... Wo extrem voll ist. Und äh... Da kommen ja schon noch viele Leute. Wir haben Durance... Äh, nicht Durance-Fat-Club. Bringt da noch so ein wenig Leute rein. Mhm. Aber... Im Grossen und Ganzen im Donnesty weniger zu tun. Ja. Da haben wir ja um 19.30 die letzte Klasse. Ja. Und die Nachti. Und Freitag ist das Gleiche. Freitag haben wir um 7.00 die letzte Klasse. Ja. Äh... Es reicht. Ja, es reicht. Ja. Und sonst, wenn du jetzt irgendeine Nachfrage hättest, könntest du ja immer noch... Ja, da hätte ich die Kapazität. Und sonst so... Mandi ist meistens... Mandi ist die Mittags eigentlich so die... Super-Tag. Und Samstag ist immer geil. Da haben wir immer Teamwork. Ja, machen wir auch, ja. Und das... Da haben wir wirklich grosse Klassen. Da gibt es auch kein Teaching. Ähm... Ja, also dann machst du das Warm-Up-Aufbau-Fertig los. Genau. Dann machst du Warm-Up und... Im Übrigen hast du mehr Movement Prep als... Genau. Und die Leute... Wobei ist auch klar, die Leute können nicht ins Teamwork kommen, wenn sie nicht bereit sind dafür. Ja. Ähm... Ja. Ja, genau. Und dafür sind es... Die machen wirklich Spass. Ja. Und das ist so ein bisschen alles einfacher in Samstag. Die schlimmsten Wirken. Nimmst du dann auch die zwei Räume zur separaten Klasse oder nimmst du alles zusammen zu einer grossen Klasse? Ich nehme alles zusammen. Ja. Wir haben so... Es ist glaube ich 26 Leute... 24 Leute am Samstag. Ja. Es ist echt... Es ist aber auch dann alles schön geplant. Aber es ist echt... Es ist echt voll... Aber es ist auch geil. Musik ist wirklich so Party. Ja. Und du musst eine gewisse... Qualität haben. Damit kannst du mitmachen. Absolut. Und die Leute wissen es. Ja. Und das sage ich auch an den Leuten, die am Samstag die Drop-Ins machen, sagen ich... Schau... Das ist nicht so normal. Das ist echt ein Samstag. Ja. Du wirst es machen mit Teachings und machen Progressions und wir schauen, ob es sich... Ja, sonst hast du dann plötzlich das Gefühl... Ich sage... Wenn du einfach kurz rein schaust... Okay, gut... 24 Leute miteinander... Es wird einfach nicht wirklich etwas erklärt. Einfach durchmachen und... Ja, genau. Einfach so. Go for it. Aber es ist es nicht. Es gibt Boxen nicht. Ist das die ganze Woche noch so? Ja, du hast ja nochmals einen Beitrag gemacht... Wegen der Klassengröße. Ja, genau. Und du hast... Uns irgendwie auch angesprochen... Und einen schwarzen Schaf betitelt. Das stimmt nicht. Das stimmt ganz sicher nicht. Mit 16 bis... Schwarzen Schaf von 16 bis 20. Nein, schwarzen Schaf habe ich sicher nicht gesagt. Habe ich sicher gesagt? Ja. Aber es ist nicht so tragisch. Aber ich denke dir nicht so... So Gelegenheit... Ich kann das sagen, wie für mich meine Ansicht ist. Ich habe früher immer gedacht... Nicht mehr als 12 Leute. Das ist so... Etwas, was ich wirklich ganz fest daran geglaubt habe. Mhm. Und nachher... Auch durch den Vortrag von Ben Wursheron... Er hat gesagt, 16 bis 18 Leute bringst du her. Ja. Aber es geht extrem viel um Struktur. Ja. Also, wenn du jetzt... Vier Reihen mit vier Leuten, die alle am genau gleichen Ort stehen... Ja. Du siehst nachher... extrem viel. Und... so ein bisschen das Verständnis haben... vom Ausbildung im Crossfit... Es ist eher... Es ist eher ein militärisches Ausbildungssystem. Ja. Und das... Ich meine, die ja ganz viele Soldaten gleichzeitig trainieren... Und das Prinzip ist eigentlich zu zeigen... Gemeinsam machen... Lassen machen. Ja. Und das immer wieder... führt dazu, dass Leute viel lernen. Ja. Und da bedingt es nicht, dass man... als Coach quasi... immer den Einzelathlet sieht... Sondern es reicht eigentlich mehr in die Gruppe gesehen. Wenn sich einer in der Reihe nicht gut bewegt... Dann fällt es dir auf. Fällt es dir auf. Ja. Und nachher... während dem... während dem Wod oder während dem Kraftteil... hast du immer noch individuelle Gelegenheiten... Genau. ...auf einzelne kleine Punkte gehen. Und so bin ich der Meinung, ist es nicht unbedingt... die Klassengrösse, die es macht. Klar, es gibt zu viele. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, es gibt auch zu viele. Aber es macht mehr... die Struktur. Also sprich... Ich war in Boxen, wo... wir alle irgendwo gestanden sind. Ja, dann keine Chance. Mit sechs Leuten und... das ist uncoachbar. Ja. Es sind sechs Leute, aber es ist uncoachbar. Mhm. Und der eine macht einen Deadlift, schaut gegen die Wange, der andere schaut gegen das Feister. Ja. Und dann bist du in Boxen, zwischen Meile und Schau, wo alles so... straight, strukturiert ist. Oder bei uns. Und du kannst es mega gut coachen. Dann kannst du dir den Laufweg überlegen. Genau. Dann weisst du, okay, im Boot, die laufen hier durch, die Leute sind so und... dann läufst du eigentlich immer an den Leuten durch und... wenn du nichts siehst, dann sagst du etwas Gutes. Genau. Und wenn du etwas siehst, dann sagst du etwas. Du sagst aber nicht zehnmal das Gleiche natürlich. Also gewisse Sachen klappen dann heute. Ja, safe. Ja, safe. Aber ja, wenn es nicht gesundheitsgefährdend ist, dann... Was unsafe ist, dort bist du sehr beharrlich, aber was heute nicht klappt, klappt heute wahrscheinlich nicht, auch wenn es zehnmal gesagt hat. Das stimmt. Ja, absolut richtig. Und das ist etwas, was ich so ein wenig wichtig finde und auch viel sehe. Man darf natürlich nicht echt Klassen erhöhen, wie man will. Sondern, wenn man grössere Klassen macht, braucht es enorm viel Struktur und Planung und es darf nicht mehr random sein. Kein Athlet darf irgendwo hingehen, wo nicht geplant ist. Und dann wird es auch sehr gut coachbar. Ja. Da bin ich bei dir. Cool. Definitiv. Nein, das ist schon so. Ich denke, es steht und fällt mit der Organisation und auch vielleicht mit, wie soll ich sagen, mit der Box selber, was für Gegebenheiten du das hast. Du hast auch die Ausgabe. Ja. Nein, nein. Wir haben die Rookies raus. Ja, das macht natürlich auch nochmal einen riesigen Unterschied. Ja, das ist mega wichtig. Es ist halt alles, ja, Strukturplanung und ein gutes Konzept haben. Mhm. Das, wir sind eigentlich ursprünglich gesehen, was so der Unterschied ist. Und mir fehlt, ich mache sehr viele Drop-Ins. Jawohl. Überall auf der Welt, wo ich gehe. In der Schweiz war ich sehr viel in der Boxen. Ja. Und ihr Leben tendenziell mehr Mittelmässiges und Schlechtes als wirklich Hervorragendes. Jawohl. Und bedingt es auch immer, dass es sich, ja, dass es halt zu wenig professionell ist und es zu wenig selige Sachen gibt, aber auch zu wenig, die Leute sich nicht die Gedanken machen, wo, man ist gut und man ist zufrieden, gut zu sein. Wo kann ich besser werden? Ja. Aber gut ist so, gut ist das Schlechteste, was man sein kann. Ja, es gibt. Weil viele, die gut sind, sind zufrieden mit gut. Mhm. Und wenn du schlecht bist und weisst du, dass du schlecht bist, dann wirst du wahrscheinlich besser. Wenn aber gut bist... Es gibt so einen schönen Spruch, ich habe den auch früher ganz oft gesagt, wer aufhört besser zu werden, der aufhört gut zu sein. Ja, im jeden Fall. Das ist, äh, ein recht wichtiger Punkt, dass man, so, das habe ich gerne mit Ben Burschner und Chasing Excellence und so ein wenig nach dem Leben und eine Kultur haben, wo alle gemeinsam nach dem Leben. Ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Ist es mit der Klasse, wie du sagst, es ist schon so, die grundsätzliche Grösse ist, kommt auch extrem auf den Coach drauf an, ich denke, wie viel Erfahrung das hast, aber das Setup macht natürlich mega viel aus. Ja, definitiv. Und der Coach auch, du lässt keinen Anfang an den 16er-Klassen-Klassen. Nein. Macht nicht unbedingt Sinn. Wenn du mal startest, das zweite 16er gerne, dann kannst du mal 11 Teile machen und so. Das ist sicher gut. Aber nachher ist so das, was ich erwarte von dem Coach, er muss keinen 16er-Klassen-Klassen-Klassen-Klassen. Und das ist, mein Coaching ist ein Handwerk. Ja. Und du hast ja gesagt, du hast so eine Liste gemacht, die Punkte, wir haben das alles, Bewertungsformulare. Ja, genau. Das hat mehrere Seiten, dann hast du das Intro, wo eins ausgewiesen ist und dann hast du dann Kraft und dann hast du immer Punkte wie Group Time-Management. Ja. Dann hast du Punkte wie schauen und korrigieren, zeigen. Genau. Und alle die Punkte kannst du dir eigentlich, und dann sind wir so Stichworte. Und als Coach gibt es dann so eine Übersicht. Einfach, da ist ja ganz viel dahinter. Mhm. Und du kannst das Handwerk auch lernen und verbessern. Ja, absolut. Aber du kannst dich nur schon besser, wenn du Feedback rüberkommst. Ja. Und darum, das ist etwas, was extrem wichtig ist, dass das auch funktioniert. Weil sonst, ich merke das selber, bei mir wahrscheinlich am meisten, ich bin aktuell immer noch der, der am meisten coacht bei uns. Wie viele coachest du? Unterschiedlich. Ich kann es dir nicht einmal so richtig sagen. Plus minus 20 Kasselwoche? Ja, etwa. Ja, du hast, weißt du dann so nachgerechnet? Ja, das ist ein paar. Mal rechnen, wie viele du siehst du, als du coacht hast. Ich habe schon so ein oder andere gemacht. Ich habe mich jetzt bei Level 3 angemeldet. Ja. Und dann musst du dich aufstellen. Ja, du hast mal nachgerechnet. Oh my gosh. Ja, absolut. Und du hast noch mehr? Du coacht seit 13? Nein, nein, seit 13 nicht. Als wir angefangen haben, haben wir noch nicht gecoacht. Okay. Wir haben mit nur reiner Open Gym Box angefangen. Ah, krass. Ich wusste nicht. Nein, der Punkt ist, du wünschst dich auch irgendetwas. Du hast ein Muster, du coachtest und du machst es halt irgendwie nicht immer gleich, aber du hast auch deinen Stil. Und da schleichen sich Fehler ein. Das ist nur menschlich. Das ist ganz normal, finde ich. Und die Members, denen fällt es gar nicht auf. Weil die wissen es ja gar nicht anders. Aber wenn du wieder mal einen Coach drin hast und dann fragst du nach einem Feedback und dann vielleicht, ja, schau, dort hast du das vorgezeigt. Die Position, die du gewählt hast, war vielleicht nicht optimal. Dort das und das sind so Kleinigkeiten, wo es aber extrem, wo extrem wichtig sind. Weil das gerade auch wieder das, was du gesagt hast, mit der Struktur. Wenn du natürlich 16 Leute hast, dann musst du dir noch viel besser überlegen, wo stehe ich hin, um etwas vorzuzeigen, dass es jeder sieht. Oder, wo habe ich die Leute positioniert, dass eigentlich jeder eine Position hat, wo er auch zu dir vorne sieht. Ja, voll. Und dann hast du den Punkt, wo du angesprochen hast, mit dem Rick in der Mitte. Es ist, also beim 1. Klasse Raum, ich finde es, für die Workouts ist es mega geil. Mhm. Aber wenn zum Beispiel zum Liften, dann ist es halt wie ein bisschen im Weg in dem Moment. Aber je nach Raum, manchmal hast du halt keine andere Möglichkeit oder die optimale Möglichkeit ist dann halt vielleicht gleich das. Da musst du manchmal ein bisschen vor und nachgeben. Ja, das ist auch so. Es ist halt, es geht halt nicht immer perfekt. Das ist wirklich so. Ich bin zu froh, in den Boxen, wo wir haben, das ist Rick. Das ist überall alles an der Wand. Alles an der Wand kann haben. Ja, genau. Das eine, wir haben den zweiten Raumbau bei uns im Elfi und die andere Wange ist nur so eine so eine Gipskarton-Wange. Ja. Und das ist richtig der Pain gewesen. Wir mussten Stahldräger haben wir gekauft, gestrichen und quasi oben fixiert und dann Rick an die Stahldräger aber es ist schnell, dass es möglich ist, dass es rickst an die Wand. Ja klar. Aber es sieht jetzt recht geil aus. Es sieht recht mächtig aus mit den Stahldräger. Aber es war so ein bisschen Pein gewesen. Ja, es ist halt kein Raum dafür ausgeteilt und Crossfit-Box zu ziehen. Du musst immer so ein bisschen. Ja, und die Firma ist halt, also im Elfi, die Location ist mega cool, aber die Substanz ist nicht gut. Ja. Auch in den Wangen, wo wir im ersten Raum haben, dort mussten wir so Chemie in die Wangen reinlassen, wo es ein Rick hat, wo du den rausziehen kannst. Und dann ist es Double-Drei und dann schraust du raus und so ein Loch drin. Ja. Ja, wenn man so eine Crossfit-Box hätte, würde man, das muss ich dir nicht sagen, mit Bauarbeiten und du machst alles. Ja, das ist so. Vor allem, ich denke gerade vor allem, wenn du anfängst. Ja. Am Anfang, ich kenne jetzt niemanden, der die Box gestartet hat und so ein riesiges Budget hatte, dass er alles machen konnte. Dann fährst du halt mal an und dann, ja. Ja, inzwischen muss ich sagen, jetzt haben wir, inzwischen ist es anders, wenn wir eine neue Box machen. Die Coaches, das muss niemand putzen, wir haben Leute für das. Und das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Ich habe so ein Konzept, dass ich eine Box aufbauen und dann eine eigene Firma mache und dann am Geschäftsführer er bekommt 40%. Ja. Und das geht auch wieder um Fairness. Jawohl. Weil das auch, das ist ja dann eigentlich sein Geschäft und das steckt sein Herzblatt rein. Was wir geben, ist die Struktur, die Erfahrung, das Wissen. Und wir helfen natürlich auch, wenn man bei Ferien geht, dass wir dann von anderen Leuten, von anderen Boxen Leute schicken. Also ist eigentlich, in diesem Fall, Wedi, ist das schon so, oder ist das fix dein? Nein, Wedi ist, äh, Armarlin. Ist das auch so? 40%? Genau, 60% unserer Firma. Ja, genau. Also nicht mehr. Und die Firma gehört nicht, mir gehört die Firma 68%. Ja. Also ist nicht meine allein. Ja. Und liest im Fall auch das gleiche Konzept. Ja, liest im Moment, aber 100% uns. Jawohl. Aber dort ist der Geschäftsführer, der Endu. Jawohl. Und, ja, der ist, der ist super. Der, ich meine, wir haben dort das aufgebaut mit ihm. Mhm. Und jetzt macht er das quasi allein. Wir gehen auch dorthin und coachen. Aber er führt das Geschäft allein. Ja. Ich treffe ihn wöchentlich, zwei wöchentlich. Wir reden zusammen. Genau. Ich helfe ihm, wo ich kann. Aber effektiv ist er selbstständig Unternehmer. Ja. Und er bekommt dann unter die 40%. Ja. Und das ist mega cool, weil, ja, weil es halt auch fair ist. Und auch wenn die Box wächst, dann muss er nicht mehr zahlen von Boxen, dann zahlt er das, was wir ausgeben haben, 40%. Ja. Das ist so, weil du willst ja nicht die Leute bestroffen, wenn sie einen guten Job machen. Ja, nein, überhaupt nicht. Dass sie dann noch mehr zahlen mussten. Ja. Dann zahlst du eigentlich quasi das Investitionskapital. Und das ist so ein bisschen, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit durch unsere Strukturen kannst du eine Box haben, die gross wird. Ja. Ja. Das ist das einzige wirklich grosse Box, so wie Selfie eigentlich. Ja. Hat er von der Fläche her im Moment nicht, aber dort wo es leist, ist das Gebäude abgerissen. Jawohl. Und das sind ein Eisgebäude gebaut. Und wir haben dort schon eine Zusage, dass wir 56 Quadratmeter nehmen können. Ja. Nice. Das passiert in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja. Jetzt gibt es noch Zwischennutzungsfinger, das ist die Herausforderung. Jawohl. Aber effektiv ist es im Moment eine tolle Situation, es wächst schön. Cool. Ja. Ja. Und wenn es fast an allen Öd platzt, dann kommt irgendwann der Wechsel und dann kann man den Leuten auch wieder so einen Leichtblick geben. Ja genau. In sechs Monaten oder in acht Monaten haben wir diese Box. Genau. Ich bin aber zu leist, ich bin noch nie gewesen. Es sind... Nein. Ich glaube nicht. Es ist etwa... Es ist, glaube ich, rund 400 Quadratmeter. Ja. Wir sind ein bisschen anders aufgebauter Raum jetzt. Das kannst du... Aber du kannst eigentlich eine Klasse haben, das ist ein bisschen Open Gym. Ja. Wobei... Wir sind keine Open Gym Box. Ja, das weiss ich. Du hast, glaube ich, etwas, aber du weisst am Rad. Genau, wir haben Open Gym Fläche, wir haben... wir haben... wir haben Kompo-Athlete, aber wir trainieren alle Athlete in der Klasse. Und das ist etwas, was mir mega wichtig ist, weil es eine Community zusammenhält. Ja. Sonst habe ich so... Ich habe früher das gehabt, dass es so ein bisschen... Wir hatten früher noch einen Raum, der ist links oben. Ja, genau. Ich hatte den Open Gym Bereich und dort war es so ein bisschen die Elite gewesen. Und die anderen. Und irgendwo durch haben die Leute auch das Gefühl, die besser werden. Also jetzt ist der Moment, wo ich in den Open Gym gehen muss. Ja. Das Problem kenne ich. Und das habe ich nicht. Wir haben... Unsere Wettkampfathleten sind gut. Bis ultra gut. Ähm... Du siehst auch immer den Wettkampf, wir sind dabei. Und unsere Leute trainieren in der Klasse. Und dadurch, dass du ein gutes Niveau in der Klasse hast, das pustet sich auch. Also du hast auch automatisch mehr Intensität in der Klasse, wenn du viele Leute hast, die auf deinem Level sind oder besser sind als du. Ja. Und das Zusätzliche, was die Leute brauchen, machen sie im Open Gym. Ja. Und dann haben wir so ein Comparator-Programm, das ist Teil A, Teil B, Teil C. Und Teil B ist immer Klasse. Ja. Und Teil A ist zusätzlich das Conditioning und Teil C ist zusätzlich das Training für Gymnastik-Züge. Ja, Accessory. Ja, genau. Und was wir noch haben, ist, dass wir, im Moment bin ich ja dran, ein Athletenprogramm professionalisieren. Jawohl. Ja, Nutri-Athletics an Bord, das ich mega cool finde. Die Sponsoren recht viel dort und sind wirklich zusammen mit uns. Und dass wir eigentlich so ein bisschen, ja, ein Individualprogramming machen auch für die Leute, aber nur Individualzusatzprogramming für die Klasse. Ja. Das Klassenprogramm so lassen und dann auch das 101 ausser herum blöd gesagt. Genau, wenn es schwachste Programme ist. Aber auch, dass es dann so Goodies gibt für die Athleten, wie Gebühren für die Weltkämpfe werden übernommen. Und wenn du gewünscht, bekommst du das an. Im Training kannst du den Fuel gratis trinken und Kreatin haben und solche Sachen. Wenn es dann wieder lieferbar ist. Ja. Das ist so. Aber wie gesagt, er hat x Tonnen bestellt. Ja. Aber ich glaube momentan, dass es europaweit oder in der Schweiz wieder einmal sicher ist. Ja. Wir haben dieses von Powerfood, glaube ich. Ja. Und wir haben dann, was wieder lieferbar ist, und ich bin mega gehamstet. Und du erfüllst. Weil es einfach ist crazy im Moment. Ja. Wann? Ja. Aber es ist mega spannend. Es ist, ich sehe, ich, also, wir, für das, dass wir eigentlich schon 2013 gestartet haben, wir haben jetzt, wie gesagt, erst um 20 dann eigentlich den Schritt gemacht, 100%. Aber ich sehe recht viele Sachen, wo ich, ja, wo mich so ein bisschen, man hat immer, ich habe immer so das Gefühl gehabt, oder man hat gehört und gemerkt, dass, eben du leistest, bist das Ganze recht, sehr professionell am Aufgleisen. Aber ich habe mir natürlich nicht draussen gesehen, ist jetzt nicht wirklich dahinter, was ist denn alles genau da. Und, äh, ja, es ist schon spannend. Es ist, sehr viel, ich würde jetzt mal sagen, wir machen, wir machen auch einen guten Job. Aber es ist natürlich niemals so strukturiert, alles durch, wie das bei dir der Fall ist. Ja. Und das macht dir, war schon am Anfang, eine Menge Arbeit. Aber wenn du es mal hast, dann läuft es dafür umso eher. Der Initialfand, wie du sagst, ist natürlich viel größer. Das Schreiben ist viel Arbeit gesehen. Wirklich viel. Aber, jetzt ist es einfacher und auch, ich habe eine gewisse Vision und möchte mit tollen Menschen zusammen, noch ein paar Boxen aufbauen. Und, so, ja, es ist halt, es ist halt sehr bereichernd für alle Beteiligten. Wir haben so eine Vision und Mission und das ist, bist du deinem Leib, das Leben von unseren Mitarbeitern und Mitgliedern verbessern. Und das machen wir halt durch Fitness und Community. Aber, das ist so ein bisschen ganz oben gesehen der Grundgedanken. Ja, das machst du auch schön. Und dann, macht es Sinn. Und dann kannst du das Geschäft so aufbauen, auf diesen Werten, auf diesen Prinzipien. Und, ich muss sagen, mir fehlt heute in der Wirtschaft, die Wirtschaft ist nur auf Geld aus. Und ich finde, als Unternehmer, hast du eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Mhm. Und das heisst nicht, dass du die Leute ausnehmen sollst, dass du möglichst die Vögel herausschaut. Sondern, das heisst, dass du zufriedene Leute hast, bei dir zu arbeiten, dass alle Beteiligten von dem profitieren, wo du gemeinsam arbeitest. Absolut. Ja, oder du sagst, du wirst in 40% und sagen sie genau, 50'000 Franken kostet das. Und, wenn es eine Gewinnausschüttung ist, dann gucke dir dein Geld von dir gleich wieder zurück in die Firma, bis du 50'000 bezahlt hast. Aber du musst nicht von deinem eigenen Spartengeld 50'000 zahlen. Ja. Und das ist so ein bisschen, ja etwas, was ich sehr schön finde. Ja, das ist mega fair, wenn du so starten kannst. Das ist, kennst du Stephen Covey? Nein. Das ist ein Autor, der hat ein Buch geschrieben. Das heisst, auf Deutsch die sieben Wege zur Effektivität. Auf Englisch das Seven Habits of Highly Effective People. Und, das lehrt sehr viele Prinzipien und Werte. Das ist, eines der meistverkaufende Businessbücher. Wird leider heute nicht mehr so gelebt. Ja. Das ist schade. Wir wissen wirklich tolle Werte. Unter Ben Bergeron bin ich auf das Buch gekommen. Jawohl. Ich habe gesagt, ich habe das Seminar gehört von ihm. Im Seminar unten hatte er eine Liste mit Büchern, wo das Seminar aufgebaut ist. Und er hat jedes Buch einzeln gekauft und er hat es gelesen. Jawohl. Das hat mir sehr viel Verständnis gegeben von dem, was er den Leuten lehrt. Ja. Ja, ja, ja. Und so auf dem Move habe ich mich sehr verändern, meine Ansichten, meine Werte. und dann habe ich die Firma einfluss und jetzt habe ich viele Leute, die auch diese Werte haben. Ja. Ich nehme auch, deine Coaches werden die gleichen. Wenn das das Leitbild ist, werden sie den gleichen Wert vertreten und versuchen, das gleich zu setzen, den du ansetzt. Ja, und mit der Zeit ziehst du dann ganz viele Leute, die so sind. Wenn du viele Leute hast, die sehr positiv sind und sehr offen sind, sehr gut sind und gute Gedanken haben, es gibt keine Cos-Fit-Punk-Geschichte, es wird alles angesprochen. Dann ziehst du auch Leute, die so sind. Und umgekehrt, wenn du anders bist, ziehst du auch Leute, die anders sind. Absolut. Ich denke, die ganze Crossfit-Szene ist ja so. Die Crossfit-Szene ist super. Es ist der Traum. Ja, ich sehe das eigentlich gleich. Klar, es gibt immer hin und da, aber ich weiss nicht, also wir haben aktuell bei uns in der Box, von dem Gefühl her, wir haben so eine geile Stimmung, weil halt einfach, egal woher das einer kommt, egal welchen Job das er hat oder ob er mega gut verdient oder durchschnitt verdient oder irgendwo, was für ein Student, was auch immer, alle kommen zusammen, haben Freude am Gleichen und teilen sich die Freude mega und das ist einfach mega geil. Ich finde das super cool. Ja, das finde ich, wenn du siehst, du gehst an einen Crossfit-Wettkampf, du lässt deinen Nadel auf dem Rucksack liegen, du gehst einen Sturm weg und kommst zurück und dein Nadel ist immer noch dort. Und das ist so, so wie du sagst, es zieht eine gewisse Art von Leuten an. Ja. Und, ja, ich bin wirklich, ich bin sehr dankbar für das. Ja. Ich bin auch dankbar, dass wir uns nicht mit den Fitness-Centern irgendwie und den Preiskrieg rumschlagen. Ja, das ist auch etwas, ja. Sondern, wir haben Dienstleistung und die haben den Wert und die Leute, die zu uns kommen, verstöten werden von dieser Dienstleistung. Ja. Absolut. Du machst halt mehr, du kümmerst dich halt. Ja. Wie, wenn, das muss man ansprechen, das zieht eben, das zieht die Leute an, die gleich sind, die vielleicht die gleiche Ecke ab haben vielleicht, in einem positiven Sinn. Ich weiss noch, wo wir angefangen haben, oder wo das ganze in der Schweiz ein bisschen aufkommen ist, eben 13, 14 aneinander. Es ist, die Leute, die es angeziehen, haben sich schon ein bisschen verändert. Also ich finde, ich weiss nicht, ob ich das wahrscheinlich auch so ist, aber, früher hast du wirklich so ein bisschen die so, also, der, der früher mit Crossfit angefangen hat, der war so ein bisschen Hardcore-Crossfitter. Und länger sind mehr, hast du halt, es wird breiter, es zieht vieles breiteres Publikum an. Du hast Leute, die finden plötzlich auch, nach 5, 6 Jahren keinen Sport mehr gemacht. Jetzt möchte ich mal wieder etwas machen, ja, das klingt noch spannend, ein Kollege hat etwas erzählt, es klingt noch gut, komm, probiere ich mal. Und vor, ich sage jetzt mal, eben so einem 13, 14, erst mal hat es niemand gekannt. Und, ich finde das mega schön. Es zieht, länger sind mehr, noch vieles breiteres Publikum an. Aber sobald, dass sie nachher zusammen sind, sind alle wieder gleich. Ja, es ist, es ist wie, es ist von dem Forging a Light Fitness zu Health gegangen. Ja. Und, ja, das finde ich schön, ich bin mega überzeugt von unserem Produkt, also vom Produkt Crossfit. Mhm. Und, es ist, das Beste, wenn du, ich sage jetzt, dreimal pro Woche, viermal pro Woche Sport machst, oder nichts anderes sonst, ist es mit Abstand das Beste, was du für deine Gesundheit kannst machen. Du hast ein wenig alles drin. Mhm. Du hast von Ausdauer, über Kraft, Beweglichkeit, du machst koordinative Sachen. Genau. Es ist sehr komplett im Package. Mhm. Und, für mich ist es ein Gesundheitstraining. Klar gibt es Crossfit als Wettkampf Sport. Absolut. Aber es ist ein kleiner Teil. Mhm. Und, ich würde jetzt mal sagen, 70 bis, 80 Prozent von den Leuten, die bei uns trainieren, trainieren, um, für ihre Gesundheit, für, wenn nicht sogar mehr Prozent. Ja. Natürlich ist noch ein bisschen Aussehen und dieses. Ja, ja, klar. Und das ist für viele eine Motivation, um zu starten, aber nicht eine Motivation, um zu bleiben. Ja. Sondern es ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Und wenn du das 30, 40 Jahre lang machst, und dann 70 bist, bist du ein ganz anderer 70-Jähriger Ja, definitiv. als der, der es nicht gemacht hat. Und Fitness gibt dir Freiheit. Ja. Freiheit, das machen, was du willst. Ja. Und das auch noch im Alter. Ja. Der Punkt, wo du ansprichst, eben Fitness, ob du das Beste, was du machen kannst für Gesundheit. Ich denke aber, ein wichtiger Punkt ist auch noch so ein bisschen der psychologische oder respektive der mentale Aspekt. Ich sehe das bei uns immer wieder, wie Leute sich, also, wie die Personen sich verändern, nicht nur ihr Fitnesslevel, aber einfach auch, ich sage, Selbstwertgefühl. Oder wie eine Person, die vielleicht anfänglich, als sie das erste Mal da war, war mega zurückhaltend und schüch gewesen ist und dann plötzlich so nach drei, vier Monaten, wenn man vielleicht merkt, okay, es passiert etwas mit mir. Ich werde fitter, ich bin schneller, ich bin stärker. Wie dann plötzlich Personen, ja, aus sich heraus kommen und sich so verändern. Das ist auch etwas, was mir extrem auffällt, dass so ein bisschen, ja, dass es auch nicht nur, es verändert dich nicht nur im Fitnessbereich, sondern es hilft dir halt eben dann vielleicht auch im Alltag, weil du ein Vorstellungsgespräch hast, selbstgesicherer bist, weil du weisst, was du kannst und dann halt motivierter dorthin gehst und für solche Sachen. Und das ist halt ein Punkt, wo recht fest unterschätzt wird, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es passiert sogar mehr zwischen deinen Ohren als im Körper selber. aber wir haben so ein Member of the Month immer. Jawohl. Und im nächsten Monat haben wir diejenigen, die es gemacht haben, genau das aufgeschrieben, was du sagst. Ja. Es ist selbstbewusster geworden und selbstsicherer. Es ist psychisch enorm. Mhm. Wobei ist halt das Konzept Gesundheit, das Konzept gehört auch die mentale Gesundheit hinein. Ja, das ist eine riesige Geschichte. Und du hast eigentlich so fünf Sachen, wo du deine Gesundheit beinflussen kannst im Leben. Das sind so die normalen Sachen wie Essen, Schlafen, Trainieren. Genau. Aber dann ist es auch Connect, also sprich Beziehungen, so tiefe soziale Beziehungen zu anderen Menschen. Es kann aber auch zu dir sein oder zur Natur. Genau. Und wie du denkst. Und wenn du so Crossfit nimmst, das tut eigentlich sehr, alle diese Aspekte ansprechen. Ah, du hast tendenziell Leute, die bei uns trainieren, bei euch sicher auch, werden mit der Zeit besser essen. Mhm. Für uns ein bisschen. Ja, du setzt dich damit außerhalb. Genau. Dann werden sie wahrscheinlich auch merken, dass sie besser schlafen oder mehr schlafen. Genau, weil du bist müde am Abend, je nachdem. Genau. Und dann ist aber genau die soziale Komponente in der Box. Du bist zusammen, du hast eine tolle Zeit mit Menschen, du lernst, es lernst mich mega viele Leute, die ein Pärchen werden in der Box. Ja. Du connectest zu anderen Menschen und dein Denken verändert sich. Und es passiert wirklich enorm viel hier oben, psychisch. Und ja, das ist mega schön. Ja. Das ist für mich, für dich auch als Coach etwas Wunderbares, wenn du siehst, wie sich die Leute verändern und nicht weil sie abnehmen, sondern weil sie eine bessere Version von sich selber werden. Ja, genau. Ja, absolut. Würdest du, du hast seit, wann hast du angefangen, 15? Mit der Box ja 15. 15. Und du heutzutage die Möglichkeit nochmal hättest, mit dem Wissen, das du jetzt hättest, wie würdest du starten mit deiner Box? Ganz anders. Ganz anders. Ja. Ich würde, ich würde sofort starten mit Strukturen. Ich würde von Anfang an ein wenig, ich sage mal, mit der grösseren Kelle anrühren. Ja. Was Lokalitäten betrifft. Ja. Wenn du das kannst, ja. Also ja, hast du die Frage. Ja, hast du die Frage. Es gibt immer Möglichkeiten. Ich habe herausgefunden, Geld ist etwas, wo es sehr viel gibt. Ja, nicht, ich meine, nicht so für uns, aber ich meine, es gibt mega viele Leute, die bereit sind, Geld zu geben, in ein gutes Konzept. Ja, das stimmt. Das ist nicht etwas, wo, wenn du ein gutes Konzept hast, ist es nicht mehr schwer, irgendeinen Investor zu finden, wenn du es willst. Ich habe alles cross it over so aufgetan. Ja. Ich habe dann nicht mehr das Geld gehabt, weil ich die erste Box am Geschäftspartner aufgetan habe. Ich bin aus und habe ja immer alles überlassen. Ja. Und habe eigentlich nur noch mein Pensionskapital gehabt, das nicht gelangt hat. Ja. Und dann habe ich von jemandem noch Geld bekommen, der mir am Anfang auch die Hälfte von der Firma gehört. Genau. Und das musste aufbauen. Ja, ich würde so anfangen und ich würde von Anfang an einfach viel mehr Sachen bewusster machen, viel mehr Strukturen haben zu einfach schon von Anfang an 100% machen und mit der Professionalität, die ich heute habe. Ja. Und mit dem Coaching, den ich heute habe. Wenn ich so zurück nachdenke, wäre ich vor 2015 in unserer Box gewesen, dann hätte ich gedacht so, oh mein Gott. Da komme ich nicht mehr hin. Okay, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit nicht so tollen Erfahrungen. Ja. Bei uns hätte ich auch nicht so eine tolle Erfahrungen ganz ehrlich. Zumindest nicht, wenn ich weiss, wie es kann sein. Ja. Weil die Leute, wenn sie nichts anderes kennen, ist es normal. Das ist manchmal mega gefährlich. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Wir haben ja unsere Achterklassen. Für unsere Leute ist das eigentlich ein Luxus. Ja. Ein Coach für acht Leute. Und ich weiss nicht, wie lange mir das bewusst ist. Weil wenn du nie irgendwo anders trainierst, dann kennst du ja nichts anderes. Und dann ist es einfach klar. Ja. Bei euch ist alles mega strukturiert. Jeder hat genau seine Position. Und wenn die mal in einer anderen Box sind, dann wirst du vielleicht plötzlich verloren. Und dann hast du bei euch gesagt, hast du plötzlich vielleicht eine schlechte Erfahrung in dem Moment. Ein schlechter Erlebnis. Es muss nicht einmal schlechter sein, aber es ist einfach komplett anders. Du bist vielleicht vielleicht so ein wenig verloren. Und wenn du das natürlich kennst, wir haben mit dem Felix letzte Woche einen Podcast aufgenommen. Letzte oder vorletzte Woche. Grosser Kipp. Und bei ihm auch. Er hat ja immer, sobald er neue Produkte im Sortiment hat, hat er das bei sich in der Box. Also er hat immer up-to-date, die neuesten Sachen, die es gibt. Immer neue Stangen, immer neue Platten. Das ist immer alles... Unsere Leute kennen nichts anderes. Ja. Wenn die mal irgendwo in einer Box sind, wo es da eigentlich... Verraschte Stangen... Gibt es bei dir vielleicht auch mal, dass ein Dumbbell aussen kein Gummi mehr dran hat, oder so. Bei uns gibt es das ab und zu. Klar, dann probierst du sie zu ersetzen, aber es kann halt sein, dass es mal unten ist. Ja. Wenn du so etwas in die Hand nimmst, dann denkst du so, okay, was ist denn das? Obwohl, Dumbbellsnatches kannst du noch genau gleich gut machen. Das ist vielleicht nicht in so einer Rolle. Aber das sind so Sachen, ich glaube, das ist noch schwierig, zum... deinen Leuten bewusst machen, was sie haben bei dir. Ja, ähm, also das kann ich auch nicht. Es ist ja nicht an mir rein sagen, hey, wisst ihr eigentlich, was sie bei uns hat? Ja, ja, ich weiss. Aber es ist so... Der Schies ist völlig am Team nebenan, wenn du es machst. Ja, ja, absolut. Was ich immer schön finde, wir motivieren auch Leute, die in den Ferien trainieren. Unbedingt. Und dann gehen sie immer in die Boxen. Ja. Und das finde ich cool, weil dann, vielmals, dann kommen sie so ein bisschen, okay, ja, es hat zwar Spass gemacht, ja, genau. Ja. Aber es ist schon ein bisschen anders. Ja. Und sie sind meistens sehr politisch, wenn sie sagen, es ist ein bisschen anders. Und... Ich verstehe dir, was sie meinen, aber ich finde es auch schön, wenn sie sehen, was sie bei uns haben. Ja. Ähm, weil auch so mit Equipment und so, die Leute sind sehr verwöhnt. Ja, du bist auch top ausgestattet. Mit massenhaft Equipment. Ja. Mit so viel Dumbbells. Ich habe mir, wenn ich selber programmiert habe, immer gesagt, ich will nie mein Programming um das Equipment herumschreiben. Mhm. Das heisst, wenn ich Dumbbells für Wasser mache, brauche ich Dumbbells für alle. Mhm. Alle müssen zwei Dumbbells können haben und auch schwere. Es hat wirklich sehr viel Equipment. Und es ist auch gut gewartet. Mhm. Der Roy, der bei uns gecoacht und auch zum Teil Mitinhaber ist von der Firma, er ist so ein bisschen für die Wartung zuständig und dann werden die Bikes auch halbjahre komplett zueinander genommen, das Rüdergerät zueinander genommen, gewartet, alles ist immer tip top. Ähm, und das ist halt nicht überall so. Ja. Oder auch, das Coaching ist nicht überall gleich. Mhm. Ich war in Italien in der Box. Das war wirklich ein Erlebnis. Dann sind wir dort hingegangen, einem Kollegen bin ich in Süditalien. Und dann der Coach ist auf der Wandtafel gestanden und ich habe es nicht genau wie gestanden. Es sind ganz viele Programme gestanden, wir sind eine Woche dort hingegangen. Es ist immer dasselbe gestanden. Und dann hat er eines ausgewählt und das haben wir heute gemacht. Jawohl. Ähm, und das hat angefangen, er hat das Programm vorgestellt, das Warm-up, Kraft, Watt. Mhm. Und nachdem er das vorgestellt hat, ist er eine Ecke gekocht und das Handy. Und das meine ich im Ernst. Ja, perfekt. Er war wirklich nachher die ganze Zeit am Handy. Mhm. Und dann hat er gesagt, so jetzt wechseln Kraft. Und dann ist er wieder am Handy gewesen. Ausser einmal, wenn wir Pushpress gemacht haben, hat er mir zeigen, wie stark er ist und er konnte Pushpress machen, um zu zeigen, dass er das sehr gut kann. Ja. Und das hat mich ein bisschen schockierend gedacht, weil halt auch, jetzt kannst du ja auch cross-titelt im Internet eigentlich einen schlechten Ruf. Genau wegen dem. Ja. Weil es halt einfach sehr viele Leute gibt, die nicht verstehen, dass es doch eine gewisse Verantwortung ist, das zu betreiben und die Verantwortung musst du wahrnehmen und den Leuten die Qualität bieten, die sie verdienen und auch die Sportart verdienen. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja, ich glaube, ich weiss nicht, ich behaupte jetzt mal im Ausland war es tendenziell oder war es tendenziell eher ein bisschen schlechter als bei uns in der Schweiz, behaupte ich jetzt mal so. grob gesehen. Ja, ist gut. Also ich bin auch schon oft im Ausland, jetzt gerade auch kürzlich in der Ferie gewesen, in einer Box. Ich war zwar im Open Gym am Trainieren gewesen, aber es ist, ich komme schon klasse mitüber und der Coach hat alles erklärt und während dem, dass nachher die Klasse gelaufen ist, hat er am Boden angefangen, Linien abmessen, weil er nachher das Quali-Workout musste machen und hat eigentlich während der Klasse gelaufen ist eigentlich sein Qualifier vorbereitet. Und ich habe mir so gedacht, okay. Kann man machen. Ja, das ist eine Sache, das geht bei mir gar nicht. Nein, also Essen. Essen, wenn ich ein Coach wäre. Und ja, es gibt, aber die Leute können es nicht anders. Und wenn es mitgeleidern dort nicht anders können. Genau, dann ist es okay. Also die Klasse sind voll. Und ich habe mir so gedacht, okay. Ja gut. Mich hat es erschreckt, wie sich die Leute dort bewegt haben. In Italien. Das war wirklich gefährlich. Und es ist nicht an mir, dort etwas zu sagen. Ich würde auch nie etwas sagen. zurücknehmen müssen. Aber ich habe wirklich gedacht, hm, es ist eigentlich schade. Das sind ja genau die Sachen. Nachher hörst du, ja, okay, Rücken kaputt gemacht. Ja, wo, was hast du gemacht? Ja, Crossfit gemacht. Ah, okay. Das war klar. Das war klar, ja. Klar. Wir müssen ehrlich sein, es gibt ja eine oder andere Verletzung. Gibt es. Vor allem, wenn einer so ein wenig kompetitiv unterwegs ist und hat viel Macht. Aber das ist in jedem Sport. Ja. Und tendenziell ist gewisse Übel. Das, ja. Das, aber ja. Ja, es gibt. Erfahrungsgemäß gibt es aber definitiv weniger Verletzungen als in einem Fussballverein. Ja. Viel weniger. Jawohl. Die meisten Verletzungen, die wir haben, sind Übelastungen. Und die sind mehr ein Zeigen durch das Training als wirklich die Ursache vom Training. Also sprich, Leute mit schlechter Schulternmobilität, die dann von der Schulterwehe durch die Overheadpositionen haben. Ja. Es zeigt halt viele Sachen auf, viele Schwachstellen. Genau. Es ist trotzdem wichtig, dass du darum kümmerst. Ja, absolut. Wir haben ja auch so eine, eine Regel, das ist vielleicht das falsche Wort, aber unsere Staff-Coaches müssen sich auch in der Woche um jemanden kümmern. Ja. Und dann haben wir auch verschiedene Klassen. Oh, Marc, du hast Schulterschmerzen. Okay, wir treffen uns am Samstag um 9 Uhr und dann gibt dir ein kleines Programm. Ja. Und dann mache ich eine Mobility-Übung und sage das Crossover. Ja, Crossover-Symmetry. Genau. Und dann sagt er das und mache mit ihm noch Mobility. Und so kannst du dich halt wirklich individuell um Leute kümmern. oder, oh, ich sehe, der Markt ist ein ganz schlechter Deadlift. Ich treffe uns am Samstag und wir schauen morgen Deadlift und Roy zusammen. Ja. Weil anscheinend machst du jetzt schon zwei Jahre und sind wir noch nicht besser. Immer noch nicht besser. Immer noch nicht besser. Und ja, so ein Zeug hört halt auch zu, wenn du dich um die Leute kümmern und dann siehst du, dass jemand Verletzungen hat. Ich sage auch mit den Leuten oder anfangen, sagen wir, wenn euch etwas weh tut, kommen zu uns und nicht erst nach drei Monaten. Ja. Sondern wenn es nach einer Woche noch weh tut, dann ist der perfekte Zeitpunkt. Aber. Es funktioniert relativ gut. Ich muss sagen ja, deutlich weniger Leute mit Verletzungen als früher, weil einfach, weil sie sich wirklich gedrohen schon vornherein zu kommen und zu sagen, hey, mein Kind tut weh. Okay, meistens reicht es zu rollen und dehnen. Ja, genau. Es reicht schon bei 80% von den Leuten. Ja. Und bei denen, wenn es nicht reicht, dann machst du dann irgendwelche Beerkräftigungsübungen, dann schaust du, wo ist das Problem. Ja, der Roy, der ist mega gut in dem, er macht so Screenings mit den Leuten. Ja. Er hat da die ganzen Bücher gelesen von Squat University. Und dann gibt es irgendwie immer alles im Roy. Und dann macht er Screenings mit den Leuten und schaut, wo eigentlich das Problem im Rahmen ist. Und dann macht er ein Programm für dich. Mega toll. Ja, das ist super. Und so hat jeder so kleine seine Stärchen. Sehr gut. Ja. Ja, das klingt gut. Du hast vor von deiner Vision gerade gehabt. Wo endet die? Oder wie gross ist die Vision? Ähm. Ich habe mir vorgestellt, elf Boxen machen. Jawohl. Weil es passt nur mit Crossfit elf. Ja. Ähm. Wie es weitergeht, weiss ich im Moment noch nicht. Ich habe im Moment etwas off, wo ich am Briefen bin. Ja. Etwas übernehmen. Was ich immer einfacher finde, als etwas Neues aufbauen. Ja. Du hast halt gewisse Member-Stamm schon und und. Ja, wobei nicht unbedingt. Oder nicht wegen dem. Nicht wegen dem. Sondern eher, weil du musst keinen Umnutzungsgesuche eingeben bei den Behörden. Ja. Du hast so gewisse Leute, die schon dort sind. Und wenn du kommst und es anders machst, dann sind sie meistens begeistert und dann fehlen sie weiter. Ähm. Es macht es viel einfacher. Und vielleicht kannst du noch Quid mit übernehmen und und und. Wedi haben wir in einem Raum aufgebaut, wo... Ist ja schon Box drin. Ist ja schon Box drin gewesen. Wo... ein Konkurs gegangen ist. Mhm. Und äh... Wir haben nichts übernommen. Wir haben wirklich nur den Raum übernommen. Ja. Aber es war einfach gewesen. Mietvertrag und Schreiben. Gut. Und dann haben wir noch aufs Kandeln mit dem Vermieter und sonst noch streichen und alles. Weil die haben ja die Miete ja nicht zahlt und so. Ja. Und sie haben dort etwas ja auch gehabt. Und dann haben gesagt, okay, aber die müssen uns den Raum streichen. Das war ein cooler Deal gewesen. Ja. Und dann haben wir nicht so viel Zeit gehabt zum... Nicht so viel Zeit braucht zum Umbauen. Und auf dem... Und dann sind mega viele Leute... Das ist mega schnell gewachsen. Ja. Wedi ist eigentlich... Wedi ist in... 5 Monaten 200 Members gehabt. Ja. Es sind Corona jetzt ein wenig gelitten. Ja klar. Aber jetzt wieder dran. Ich bin jetzt... viel mit dem Marlin am schauen, dass wir... viel wieder... Und reaktivieren. Ja, wieder so herbringen, wie es war. Ähm... Ja, und jetzt ist etwas Neues aufgebaut. Ich finde es immer schwierig, zwei Sachen zu haben. A, die Lokalität. Mhm. Das ist halt einfach, wenn du etwas hast. Ja. Und B, die richtigen Menschen. Ja. Wer es nachher führen soll. Genau. Und das ist wirklich schwierig, weil... Ja, es macht nicht jeder so... Das ist ein guter Punkt. Das ist etwas, wo ich... Wir sind ja schon oft... Wir sind ja schon oft angesprochen worden auf... Ja, wir können einen zweiten Standort auf irgendwann oder so... Und ich bin mega ein Gegner von zweitern Standort. Und das hat erfahrungsmaß auch schon gezeigt. In der Schweiz hat es doch diverse Boxen gehabt, wo... Ein, zwei, drei Standorte hatten. Und jetzt gibt es entweder noch einen davon oder kennen wir. Und... Darum finde ich das Konzept von dir eigentlich recht spannend, weil du... Ja. Und das ist jetzt dein. Zumindest zu einem gewissen Teil. Ja. Weil ich finde, das ist etwas, was mir extrem wichtig ist. Ich habe das Gefühl, ein Box braucht ein Gesicht. Richtig. Und nicht einfach jemand, der dafür arbeitet. Sondern es braucht jemanden, wo das ist es. Das ist genau das. Das ist wirklich genau das. Du musst jemanden haben, wo das sein Geschäft ist. Ja. Und das macht, was nötig ist. Ja, genau. Und das kann mal 16 Stunden am Tag arbeiten. Aber es kann mal 5 Stunden sein. Ja. Aber es ist echt das zu machen, was nötig ist. Und für das brauchst du... Müsst es dem sein Geschäft sein. Und das ist so ein bisschen... Das ist eine schöne Win-Win-Situation, wenn... Ich bin überzeugt... Mit uns, mit unserem Konzept... Wird die Box viel grösser, als du wahrscheinlich allein jemals hättest du machen. Ja, weil du hast auch viel mehr Power dahinter. Und... Am Schluss hast du mehr. Also sprich, du hast 40% von einer viel grösseren Kuchen als 100% von der kleinen. Mhm. Und am Schluss profitieren alle. Und... Für mich ist es schön... Mir gefällt der Gedanke, ob ich etwas erschaffe. Mhm. Etwas auch Positives erschaffen, wo viele Leute profitieren können. Und das ist so... Das... Es ist nicht... Ich finde, Geld ist ein ganz schlechter Motivator. Ja. Ich bin ja 100% bei dir. Und Geld ist kein Motivator. Es ist nicht... Das Ziel... Multimillionärwert oder so, aber es ist... Das sind wir im falschen Business. Ja. Es ist doch alles recht eng berechnet und alles. Aber es ist die Ziel halt, dass... Tolles Leben führen können und... Es ist auch okay finanzielle Ziele halt. Solange die nicht an der ersten Stelle stehen. Genau. Und... Ja, so ist das möglich. Und als Boxmanager... Also... Wir haben bei uns in unseren Geschäften vier Geschäftsautos. Jeder, der das Geschäft führt, hat ein eigenes Geschäftsauto. Der Roy hat auch noch ein Geschäftsauto. Und ich habe ein Geschäftsauto. Ja. Ähm... Die Leute verdienen anständig, unsere... Es verdienen alle Anständig bei uns vor... Meine... Putzfrau ist jetzt ein trofes Wort, aber jetzt zum Beispiel beim Elfi. Und sie verdient 30% mehr so normale Reinigungskraft verdient. Ja. Weil es einfach... Weil es eigentlich nicht okay ist, was verdient sie in dieser Branche. Es ist doch harte Arbeit. Ja, definitiv. Und dafür macht sie ganz einen tollen Job. Und sie macht auch den ganzen Job. Also sie tut nicht nur putzen, sondern... Sie tut ihre Arbeitspläne selber schreiben. Sie tut das Material selber bestellen. Sie tut die Produkte selber auswählen. Ja. Sie macht nicht... Sie hat niemanden hinterher, als hätte putzt das, putzt das. Ja. Sondern sie hat eine Verantwortung... Sie ist eigentlich ihre eigene Geschäftsführerin sozusagen. Ihre Verantwortung ist... Sauberkeit im Crossfit-Aufhalten. Ja. Und sie hat gewisse Kriterien, die wir klar definiert haben. Und wie sie das macht... Sie hat dann beschlossen, dass sie nicht mehr am Wochenende arbeiten will. Das kann sie beschliessen. Sie hat... Und sie macht einen wunderbaren Job. Ich bin ganz happy mit ihr. Und das gleiche ist, wenn du eine Box führst. Du hast gewisse Kriterien, die wir geben, wo wir... Das ist unsere Qualität und das musst du einhalten. Klar darfst du es verbessern. Ja. Aber sicher nicht schlecht machen. Ja. Und dann bist du... Die eigene... Bist du den Geschäftsführer, die eigene Chef. Und du musst die Sachen so anpassen, dass es für diese Leute in dieser Box stimmt. Ja, genau. Ja, das kommt ja dazu. Es gibt ja so gewisse Individualitäten, wo man... In Zürich funktioniert das vielleicht. Das funktioniert aber in Bern nicht. Genau. Ja, genau. Und dort musst du das Gespür haben. Und die Menschen kümmern. Und ja. Jetzt... Ich hoffe in Zürich kommt, dass ich noch viele tolle Menschen finde, die das mit uns machen. Das klingt spannend. Du musst so ein bisschen ein neues... Die ganze Landschaft in der Schweiz so ein bisschen professionalisieren. Ja, wie viele Kontöne haben wir? 36? Ja, sowieso. Sowieso möchte ich nicht. Und was ich spannend finde, ich möchte... Was ich mega schade denke... Ich möchte gerne Profis-Burikal-Crossfit. Ja. Das... Eine Lehre. Ja. Und ich bin jetzt am Swiss-Functional-Fitness-Band beitreten. Jawohl. Und jetzt habe ich dort einmal einen Termin mit einer verantwortlichen Ausbildung. Und dass wir hier so eine Art... Wie die Fitnesstrainer haben das auch. Ja, es gibt. Fachfrau Bewegung. Ja, genau. Und zufälligerweise derjenige, der diese Ausbildung lanciert hat, ist in der Nähe von uns, wo wir sie zahlen sollen. Jawohl. Und eigentlich müsste man dort irgendwo ansetzen. Die gleichen Schulen brauchen mit einer kleinen Abweichung. Aber so ist es ein langes Projekt. Aber es fängt etwas sehr Schönes. Ja, klar. Dass man wirklich eine Berufsausbildung für Crossfit machen kann. Dass das ein ernster Job ist. Ein seriöser Job ist. Und dass irgendwann junge Menschen sagen, ich möchte Crossfit-Coach werden. Ja. So wie sie Fitness-Coach können werden. Und auch Karrierechancen haben. Ja. Dass auch... Du musst für immer 4'000 Fr. arbeiten in einem Fitness, weil du es gerne machst. Aber mit 25 musst du dann einen richtigen Job machen. Ja. Und dass es eben auch ein richtiger Job sein kann. Und eine Karrierechancen haben. Und du kannst eine eigene Box führen. Und eine Firma hinten dran ist, die dich unterstützt. Und die dir Strukturen gibt. Und das alles finanziert. Wenn möglich. Ja, das klingt sehr spannend. Ja, das sind so ein bisschen die Visionen. Eine ist halt so richtig, eben die ganze Branche zu verbessern. Und andererseits eben die Boxen auftun. Und einfach so dieser Crossfit-Schweiz-Landschaft so ein bisschen einen professionellen Stempel geben. Ja. Wenn man in die Schweiz kommt einfach ein paar Mal. Dann gibt es viele tolle Boxen. Viele gute Boxen, ja. Viele gute Boxen, ja. Töne mega spannend. Das würde ich nämlich so aufhängen, um zu sagen, dann müssen wir uns so in 2-3 Jahre spätestens noch mal treffen. Ja, für gerne. Ich hoffe es vorher. Aber es klingt mega, mega spannend. Weil ich habe das Gefühl, es hat mega eine Zukunft. Wie gesagt, wenn man das Ganze einfach strukturiert aufbaut. Ich glaube, es hat sich auch schon ein bisschen gezeigt. Es hat ganz viele Boxen gehabt. Es sind aber auch schon wieder viele Boxen zugegangen. Und ich denke, langfristig sehen werden die, die professionell sind, die irgendwo eine gute Struktur haben, die Qualität liefern, die werden überleben. Und viele werden früher oder später entweder dir gehören und dann überleben. Oder halt vielleicht dann nicht mehr funktionieren. Weil es ist doch nicht... Es ist einfach eine Box aufzutun. Mega einfach. Ja. Aber es ist nicht einfach eine Box zu haben, davon zu leben. Und eine Box... Ich sage, das Leben zu leben, eine Box zu haben. Das ist nicht so einfach. Nein, das ist ja so. Ja, merci vielmals. Sehr schön. Danke, du warst da. Es war super. Es ist sensationell. Wir sehen uns spätestens irgendwo sicher wieder. Ich hoffe, dass du den Podcast auf Swiss kommst. Ich hoffe, dass du den Podcast auf Swiss kommst. Sehr gut. Sehr gerne. Und dann... Cool. Machen wir weiter. Viel Erfolg. Vielen Dank, Marc. Merci Chris. Und bis bald. Ja, danke sehr.